Wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Quiz Poker. Mit dabei sind natürlich wieder alle aus dem Team Peats Meet. Schönen guten Abend. Und der Andi natürlich auch, unser toller Moderator. Hallo. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass der Chat wieder dabei ist. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, das muss ich erwähnen. Hallo, 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 Moderatoren, Moderatoren. Hallo Leute. Und ich muss wirklich sagen, also heute... Moment, was ist mit dem Sound? Was denn? Weiß ich nicht. Echo? Echo? Test, test. Ja, du bist der Sound. Ja, ich hab hier irgendwelche coolen Szenen, komischen Szenen-Sammlungen bekommen, aber müsste jetzt kein Echo mehr doppelt? Besser, besser, besser. Echo, Echo, Echo. The fuck, Alter. Okay. Ja, also, Preda, kurze Info, dass wir jetzt alles Organisatorische on-Stream klären. Mute am besten noch deinen Tab im Browser, weil dann ist der Sound nämlich im Zweifel gleich doppelt. Achso, ich hab' ich überhaupt schon einen Browser-Link gekriegt von dir? Ja, hast du. Hast du. Ja, schön, dass wir das alles jetzt auch klären und er zu meinen hat auch einige Subs verschenkt. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt erstmal hier alle erwähnen, die es auch verdient haben, denn noch ein bisschen besser, finde ich, oder noch mehr freue ich mich heute Abend, dass eine Person da ist und das ist Bram. Hallo, Bram. Hallo. Ja, denn der Bram ist ein kleiner Husti-Nettenbär heute Abend und deswegen freue ich mich nicht mehr, dass er da ist. Gummibärchen? Husti-Nettenbär. Was hat er denn? Ja, kranker. Jemand, der krank ist. Genau. Wo sagt man denn sowas? Husti-Nettenbärchen oder wie die heißen. Ja, der ist da. Moment, den gibt es ja wirklich. Der Husti-Nettenbär war eine Werbefigur für Hustenbonbons. Ja, den kenne ich gar nicht. Ja, genau. Gute Besserung. Ja, genau. Das RKI kann ihr gerne zuschauen und irgendwie vielleicht ist, weiß ich nicht, ein Symptom von Corona auch noch, dass man sehr gut oder sehr schlecht chätzt. Ja, also das kann man heute Abend auch noch feststellen. Ja. Kuck mal, aus dem Chat kriegst du ganz viel gute Besserung. Von mir auch. Ja, sehe ich ja gerade. Ja, von uns allen. Ja, sehr schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir spielen heute Abend wieder Quizpoker. Ja, also wir pokern mit Schätzfragen. Ich stelle Schätzfragen und wer am Ende am nächsten dran ist, der kriegt den Pott. Und zwischendurch setzen wir hier Chips und es gibt Hinweise und so. Ihr kennt das alles. Ich brauche das nicht mehr zu erklären. Hast du schon einen Taschenrechner geholt, wo die 50 nachher fehlen? Ja, also das wird auch wieder passieren. Wir werden auch wieder 50 fehlen. Ja, am Ende. Ihr kennt das alles. Ja, es ist wie immer. Es ist wie immer. Aber nicht ganz. Ja, zumindest. Es gibt zwei Änderungen heute Abend oder zwei Besonderheiten, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Die erste ist, ihr seht es schon oben rechts in der Ecke. Das Ganze ist heute in Kooperation mit Gerolsteiner. Das ist unser Partner heute Abend. Also vielen Dank dafür. Gerolsteiner ist wieder auf uns zugekommen. Ihr habt das ja schon mal gehabt bei Quizpoker. Und die haben gesagt, also bevor die Jungs jetzt irgendwie schätzen müssen, wie lange der längste Penis der Welt ist, stellen wir denen lieber Fragen, wo sie ein bisschen noch was lernen können. Über in dem Fall jetzt Wasser, weil das ist ja schon, also Wasser ist ja relativ wichtig, so in der Ernährung. Und da kann man ja auch mal ein bisschen was drüber wissen. Und da hat Gerolsteiner gesagt, wir sind der richtige Partner dafür. Deswegen wird es heute Abend ein paar Fragen, nicht alle, aber ein paar Fragen geben, die sich irgendwie um Wasser drehen. Auch ganz explizit um Gerolsteiner Wasser, so wo er das herkommt. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber ihr werdet heute Abend. Nein, das kann ich ja nicht schätzen. Ja, das kann man nicht schätzen. Es werden Schätzfragen sein. Lasst euch überraschen. Es wird ganz interessant. Ihr könnt noch was lernen. Also das Lernen, den Lernenden Bildungsauftrag heute Abend, den erfüllen wir dank Gerolsteiner endlich auch mal. Ja, das ist sehr, sehr gut. Wieso denn mal? Den erfüllen wir doch andauernd. Immer. Ja, stimmt. Ihr reißt das immer relativ schnell runter mit eurem Nichtwissen danach. Aber also wir gucken heute mal, ob das klappt. Die andere Besonderheit, die ich auch noch erwähnen muss und möchte, ist, ihr könnt heute Abend zum ersten Mal mitspielen. Und zwar über unsere App WatchBuddy. Falls ihr die nicht kennt, einfach ausrufen, sein WatchBuddy in den Chat schreiben. Da gibt es die Links, gibt es für iPhone und Android kostenlos. Da könnt ihr mitmachen. Gesundheit. Gesundheit. Ich auch noch Corona kriegen, Christian. Ey, jetzt nicht ich anstropenieren. Nee, den Spaß habe ich noch nie gehabt. Den möchte ich auch nie haben. Nee, will ich auch nicht. Was mache ich denn in der App jetzt? Dann klicke ich auf Events und dann klicke ich auf Quizpoker und dann steht da live. Genau. Ihr macht das Event, seht ihr ja, dann geht ihr einfach in das Event rein. Und wenn wir gleich die Fragen spielen, dann werden diese Fragen auch in der App erscheinen. Und dann könnt ihr dort eure Schätzungen abgeben und ihr setzt dort Schnittchenpunkte. Ihr bekommt von uns netterweise 50 Schnittchenpunkte geschenkt und bei jeder Frage setzt ihr fünf Schnittchenpunkte. Erstmal angefickt, die Leute. Und je nachdem, wie gut ihr schätzt, bekommt ihr Schnittchenpunkte zurück. Vielleicht sogar mehr, als ihr gesetzt habt. Vielleicht weniger, als ihr gesetzt habt. Vielleicht auch gar keine. Und dann schauen wir am Ende, wer da am besten war. Und dann werden euch diese Schnittchenpunkte gutgeschrieben. Also, ihr könnt mitmachen. Dr. Shoulderburner, der Account ist umsonst, ja. Ja, genau. Gegen Ruffy geht all in. Habe ich schon gelesen. Sehr gut. Es ist alles kostenlos. Also, ihr könnt hier kostenlos mitmachen, falls ihr Bock habt. Ihr könnt auch erst bei Frage 7 aufsteigen. Auf dem einen Button für Ruffy. Einen Button einfach. Einen Button für Ruffy, dass er spenden kann oder so. Ja, also, macht gerne mit. Ja, es wird auch immer eingeblendet. Ich versuche da auch hin und wieder mal ein bisschen drauf einzugehen. Und mal ein bisschen zu schauen, wie ihr so geschätzt habt, ob ihr da gut drin wart. Und ich bin sehr gespannt. Ja, also, das wird heute Abend sehr interessant. Auch ein erstes Mal. Heute Abend. Ja, wir haben alle heute Abend zusammen unser erstes Mal. Wir drücken die Daumen, dass das mit den Servern funktioniert. Ja, also, letztes Mal bei Sabotage hat ja alles funktioniert. Deswegen, ich bin guter Dinge. Und, falls es klappt, vielen Dank an das Team, die das wieder sehr schnell jetzt umgesetzt haben von Watchbody. Falls es nicht klappt, waren wir es aber beim nächsten Mal nochmal. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin sehr dafür, Bräuchbacken, dass die Leute, die all in gehen, bitte zu Hause auch aufstehen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bitte dann aufstehen, ja. Okay, da würde ich sagen, von meiner Seite sind alle Klarheiten beseitigt. Habt ihr noch Fragen? Ja, Andi, ich habe eine Frage. Über welche Szene kommt denn der Sound dann in dem Stream? Äh, Spectator. Über Spectator, das heißt, okay, sehr gut, dankeschön. Dann kann ich da ein Auge drauf haben, zumindest jetzt am Anfang, um zu gucken, wie das gepegelt ist. Wer da macht Auge. Ja. Peter streamt heute, ne? Also, falls irgendwas schief läuft, das war immer Peter. Deswegen hattet ihr bisher auch noch keinen Lag. Jetzt, wir spielen hier die Dis-Bälle uns zu jeweils, ja. Sehr schön. Okay, also, ihr seid, ihr seid ready? Ja. Immer. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ihr macht jetzt alle den Chat zu, beziehungsweise der geht ja für euch gleich automatisch zu. Tschüss, Chat. Und, liebe Leute, ja, die Watchbody nutzen, geht jetzt bitte in die App, weil dann werdet ihr hier sofort bei der ersten Frage mitschätzen können. Und wir starten mit der ersten Frage in den heutigen Abend. Und die erste Frage lautet folgendermaßen. Wie lange saß Daniel Baraniuk im Jahr 2002 im Heidepark in Soltau bei der Weltmeisterschaft im Pfahl sitzen? Was? Auf einem circa zweieinhalb Meter hohen, 0,25 Quadratmeter großen Holzpfahl. Das ist ja schrecklich. Ich habe letztens nämlich, ich weiß doch, über Graf Dracula, der war ja der Fehler. Da habe ich mir noch durchgelesen, was war, also wie hat man eigentlich Leute früher gefählt? Und da gab es richtig eklige Sachen. Und der hat sich auf so einen Fall gesetzt? Ja, aber der hat ja einen halben Quadratmeter Sitzfläche. Also der war, ja, also der hat sich jetzt nicht aufgespießt, sondern der war oben glatt. Also der hat da einfach drauf gesetzt. In den Boden war der vielleicht spitz, damit er nicht umfällt, aber, ja. Also der Gast, der macht Sachen, wo die Leute da drauf gesetzt haben und einfach gewartet haben, bis der Pfahl und die Schwerkraft ihr Übriges getan hat. Wieso bin ich über Big Blind am Anfang? Was ist das schon wieder? Jeder muss immer anfangen, das ist so eine Regel. Also wir sitzen ja pro Tag 30 Stunden schon auf unserem Stuhl und machen Aufnahmen. Der hatte auch nicht irgendwie, der musste da auch im Zweifel drauf schlafen. Ja. Was sagt denn der Chat zur Musiklautstärke? Also ich lese ganz oft, dass in der App nichts ankommt. Das, äh, da bin ich jetzt gerade etwas überfragt, denn... Da steht ja nicht direkt, ob das richtig ist, oder? Also ich weiß nicht, welche Musik, Top-Musik, Musik ist gut jetzt, Musik darf lauter. Durfte der auch währenddessen mal stehen, oder durfte der nur sitzen, ausschließlich? Also durfte der sich auch mal entspannen, dann muss er dann aus der einen Ritze, die dir bleibt... Ja genau, wie hat der sowas gemacht? Du setzt sich einfach einen halben Meter, also nicht einen halben Meter, aber du sitzt einfach 20 Zentimeter da hinten. Und dann ist gut. Hat der dann auch wirklich so defekiert? Also die durften, ähm, manchmal, äh, absteigen, aber... Ach, jetzt kommt die Info! Okay, ich hab auch schon längst eingeloggt. Ja, das sind halt Fragen, die müsst ihr halt schon vorstellen, bevor ihr euch eingeloggt. Beantwortet werden, ist ja schon eine Frechheit. Also das kann man sich ja, also irgendwo müssen sie ja auch, äh, ne? Ja, aber deswegen hab ich ja gedacht, das ist ja nicht so lange. Ach so, in Tage ist das nicht in Stunden? Ich war so, ja, vier Tage, hm, könnte ich mir vorstellen. Ähm... Ja, schreib doch einfach an der, hier, äh, acht, ne, was ist das, 96 Tage hin? So eine gute Antwort. Ja, 96 wollte ich jetzt schon eingeben. Ich hab ja schon eingeloggt, ne? Pass auf, die lüpften das jetzt in der Watchbody-App. Ja, also, äh, nur für euch zur Info. In der App kam jetzt keine Frage an. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil wir haben das ausreichend getestet und da hat's immer funktioniert. Ich weiß jetzt gerade nicht, woran es liegt. Ich versuch das jetzt gleich mal zu checken. Das liegt an der Menge der Leuten. Das liegt an Peter. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht sind die Server auch down, ich hab keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach mal die Frage ohne die App, weil es ist ja egal, so kann man ja auch später noch einsteigen. Vielleicht klappt das ja noch. Aber die App jetzt erstmal bei der ersten Frage noch nicht dabei. Ihr habt alle eure Schätzungen abgegeben, deswegen, äh, zeig ich dir jetzt auch einmal den Chat. Das haben die Jungs geschätzt und Sepp beginnt. Ach du Scheiße. Ach, das haben die doch gar nicht. Wo fangen wir denn direkt nach 400 an? Die sehen, sobald wir tippen. Ja, heute ist das Small- Peter, was ist das Small- Was ist denn hier los? Peter geht direkt all in hier. Was? Ich war ein Big Blind. Ja, dann machen wir erstmal einen Call. Aber 400 ist ganz schön viel, Peter. Das ist schon schwierig. Also Jay, ich bin ganz ehrlich, wenn ich an deiner Stelle wäre und an null gesetzt hätte, hätte ich genau das gleiche gemacht. Ja. Aber kannst du auch? Ah ne, du bist so Small. Ja gut, aber... Daher habe ich jetzt das einzige Mal irgendwie genau richtig getroffen. Ich kann das halt gar nicht schätzen. Es ist auch noch die Weltmeisterschaft. Ach scheiße. Ach ja, da habe ich auch gar nicht drauf geguckt. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Also du willst halt auch wirklich lange da drauf sitzen. Jetzt ist halt die Frage, wie lange ist lange? Ich habe mir auch gedacht, als wir letztes Mal, glaube ich, hatten, wie lange haben die im Bett gezockt, habe ich glaube ich auch gedacht, drei Monate oder so. Ach komm. Ja, bei dem Zockenweltrekord, den wir mal aufstellen wollten, war der irgendwie 129 Tage oder so. Und dann haben wir uns dagegen getroffen. Ich schüttelte gar nichts. Andi? Andi? Ja, ja, ja. Checken. Kannst du checken. Ah! Alles klar. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle Einsätze. Jay ist rausgegangen. Alle anderen sind mitgegangen. Sehr schön. Und wir kommen zu unserem ersten Hinweis. Komm schon. Er erhielt ein Preisgeld von 22.800 Euro. Peter, du hast... Nee, Christian hat alles nach. Was ist denn das für ein Hinweis? Ja, das kannst du jetzt durch 10 teilen, Christian, und dann kommst du der Antwort näher. Ist doch klar. Wenn du davon die Quersumme nimmst, dann hast du die Tage. Das sind pro Stunde 2,78 Euro oder so ein Scheiß jetzt gleich. Mindest du eine 12 Euro, Bram. Ich bin dran? Ich checke. Ja. Alles klar? Ich checke. Ja, ich checke auch. Mein Gott. Ja, 2002 war mindestens 12 Euro. Ja, komm, dann ist doch gar kein Tipp, Alter. Naja. Ja, genauso, wenn du mir gesagt hättest, es kann jetzt noch welche Farbe der Pfahl hätte. Ja, das hilft genauso viel. Welche Baumart? Ja, oder welche Baumart? Es war Eiche. Okay, cool. Dann saß der 10 Tage länger, weil es Eiche war. Hey, Bram. Hinweis 2 kommt jetzt, ja? Ja, Hinweis 2. Alle haben gecheckt. Hat sich nichts geändert. Ja. Nächster Hinweis. Im Jahr 1997 wurde ein neuer Weltrekord im Pfahlsitzend von 51 Tagen aufgestellt. Hm. Aber da war der Pfahl 10 Quadratmeter groß. Ich checke. Ah, gut, dass ich raus bin. Oh. Sepp erhöht. Oh. Um 500 auf 900, Bram. Oh, der hat gar nicht, der hat kacke geschätzt. Der will einfach nur klauen. Ich habe das mal in einer Netflix-Doku gesehen, glaube ich. Ja, ja. Der habe ich auch mal gesehen. Wie viele Tage hat's? 69 Tage war der da. Das wäre ganz schön nice, wenn er 69 Tage da gewesen wäre. Ja. Das war sein Ziel. Das wäre cool. Ja, Sepp. Ah, ha, ha, ha. Der war erhöht und geht da draus. Die Luft wird schlafen. Du kannst ruhig zeigen, Mainz, wenn du möchtest. So viel dazu. Alle sind raus. Bram ist der letzte drin. Ich zeige euch die Antwort. Die Antwort sind 196 Tage. Alter, mit 96 Tagen wäre ich ja noch nice gewesen. Ich habe 69, Alter. Ja, und, äh, genau. Bram sagt 69 Tage. Alter, ist er wirklich 96? Nein. Ach so. Hätte ich, hätte ich das gehabt, wäre ich nicht, äh, wäre ich mitgegangen. Aber mit 24 Tagen dachte ich mir so, mh. Bei 51 dachte ich, ich muss 69 ja gar nicht so weit weg. Damit geht der gesamte Port zu Bram. Nehme ich gerne. Nehmt ihr noch zwei Tage mehr und dann ist ja gut, ne? Ja. Also, der wird vielleicht auch einfach 196 Tage nicht gekackt haben. Ja. Kann auch sein. Also, ich kann euch so viel sagen, es gibt eine sehr schöne kleine Doku auf YouTube. Die durften hin und wieder, ich glaube, alle zwei Stunden durften sie für zehn Minuten mal runter, äh, mussten dann aber punktgenau wieder da sein. Da konnten sie alles machen, was sie wollen. Also, auf Toilette gehen, sich duschen, äh, rumrennen, was auch immer. Und die hatten da richtige Fans, ne? Das war im Heidepark-Solder. Die haben mitten im Freizeitpark gesessen und die hatten richtige Fans, richtige Hardcore-Fans. Die haben gesagt, Mensch, toll, dass du so lange sitzen kannst. Geil. Wenn nicht da einer runter schubst. Äh, 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 gute Frage. Sollst du das Handy gucken, Andi. Aber, aber, mal ganz ehrlich, 196 Tage, das ist ja schon, schon übel. Ähm, da wird es ja auch diverse Male richtig krass geregnet haben. Und, ja. Auch gewittert. Und ich weiß nicht, ob ich dann auf so einem Pfahl sitzen möchte. Das ist ja Stadionverbot, wenn du den runterschubst. Ja, die haben dann noch so eine, die hat dann noch so eine Eisenstange in die Hand bekommen. Währenddessen. Die musst du die ganze Zeit so hochhalten. Ja, also ich, äh, ich war nicht dabei. Ja, wäre, wäre ein schönes Event gewesen. Können wir vielleicht auch mal für uns ausdenken. Ja, Wodka-Hohl-Arbeitsschmarbe. So, als wärst du gerne dabei gewesen. Ja, große Piz mit Pfahlsitz in Weltmeisterschaft. Also, dann können wir irgendwie die Videos dann vom Pfahl machen. Können wir große Klositz in Weltmeisterschaft machen? Brauchen wir sehr hohe Schreibtische einfach nur. Aber danach hast du ja Hämorrhoiden, Peter. Ja, äh, ich, äh, alles doof. Verhalten wir uns mal im Hinterkopf und können wir da mal bei Jules anklopfen. Stimmt, er hat 22.800, was ist denn so ein Tipp gewesen? Hat er 22.800 bekommen? Da ist es nicht wenig vor, ne? Gar nichts. Wenn ich anrichte dich sehr, solltest du mal auf dein Handy gucken, weil Jules hier geschrieben hat. Genau, also ich werde hier gerade zugebombt mit Nachrichten. Ich komme da jetzt auch nicht so ganz nach. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was das Problem ist. So, also bei der ersten Frage konnten wir jetzt bei Watchbody nicht mitmachen. Ähm, ich versuche das jetzt, dass das beim, äh, bei der zweiten Frage funktioniert. Da verbrauche ich eine Sekunde, was ist das? Ja, ich, äh, mach das parallel. Bist du das Häkchen nicht reingemacht? Ja. Haben sie ihr System schon neu gestartet? Genau, ja. Unterhaltet gerne die Leute, wenn ich das hier gerade mache. Ja, Hämorrhoiden, Peter, geht gerade steil im Chat. Ja, also ich bin auch dafür, wenn du dann auf den Podharten machst, musst du aber auch so einen gewissen Druck halten. Ja, weil man was sagen muss. Ja. Das sind wir ja auch schwierig. Wie lange kannst du deine Wurst draußen halten, ohne dass sie abbricht? Boah, Alter. Das habe ich doch gesehen. Äh, da habe ich zum letzten Mal einen Tweet von gesehen. Die längste Wurst, die jemals ein Mensch gelegt hat. Ja, die habe ich auch leider gekriegt. Ja, das war eine Frau sogar. Ja. Hätte ich eher gesagt, dass das eine Mann schafft. Also ich wusste gar nicht, dass das biologische Begeben hat. Ja, das war echt eine Frau. Ja. Das war schon cool. Anni hat gesagt, wir sollten die Leute so unterhalten. Kann Jay ein Kilo Scheiße essen. Ja, ihr könnt das sowas. Kann ich irgendwo Anni sehen, damit ich sehe, wann es weiter... Das gibt ja Gewürzgurken im Glas gibt es ja. Das ist ja auch quasi wie Kacke. Wer kann die meisten Gewürzgurken im Glas essen? Mit Glas. Das Glas schaffe ich glaube ich nicht. Das Glas schmeckt besser als die Gurken. Two Peats, one cup. Oh Gott, ey. Ich habe heute... Ich habe gerade vorhin das Menü festgelegt für die Hochzeit von Hanni und mir. Oha. Und? Wollen wir mal gibts? Fennekes. Spreewaldgurken. Peter, sag schon mal, ob ich krank bin oder nicht. Gib nur Spreewaldgurken, einfach so. Bloß nicht. Es gibt Bitterballen. Oh, was? Es gibt Bitterballen. Ja, das ist eine spezielle Variante davon. Mit Kacke drin. Wollte ich jetzt auch mit Kacke. Kacke drin. Pakof mit Pommes. Mit Grünkohl drin. Nein. Okay. Oh, Eier mit Soße fände ich auch nice. Ja. Ja. Nein, nicht Eier. Ist dir die Bitterballen vielleicht Eier mit Soße? Wenn du möchtest, dann die Hochzeit schnell zu Ende ist. Ey, dann ist es eine Nählons-Hochzeit. Anstatt Reis werden Bitterballen geschmissen. Ja. Nee, ein Fleischrollen. Dann aber auch so mit Schmackes. Nein, hier sind gehäckselte Zwiebeln für Spezial. Nehmen wir hier und Ketchup. Ja, ich so. Genau, Peter hat so einen Pommes anziehen. Ja, ich habe dem Koch erzählt, dass ich quasi holländische Vorfahren habe. Da hat er so aus Scherz gesagt, machen wir ein Bitterballen. Da habe ich gesagt, ja, aber was wäre, wenn wir es wirklich machen? Und dann hat er doof geguckt. Da hat sich gedacht, alter, halt doch einfach die Fresse. Nein, dann haben wir uns was Geiles überlegt. Das ist richtig, Chad. Peter hat so einen richtig gelben Hochzeitsanzug als Backofen-Kommis. Gibt es dann Joppi-Soße bei dir auch in der Hochzeit? Selbstgemachte Mayonnaise. Hüp, Peter, hüp. Schreib doch einfach ein Schild dran und schreib Joppi-Soße drauf. Dann ist es dann. Fertig. Das stimmt nicht. Joppi-Soße ist schon sehr spezial. Ich weiß nicht, ob der Koch dann so geil findet, wenn ich seinen Schild einfach als Joppi-Soße bezeichne. Joppi-Soße ist viel mit Eier und Soße, nur ohne Eier und Soße. Gibt es denn auch Kibbeling? Nein. Oh. Kein Fisch. Boris, geh weiter ab. Finde aber gut, Kibbeling war ich kein Freund von, muss ich sagen. Peter, kannst du bitte einmal die Spectator neu laden? Ja. Schade. Dann muss ich euch kurz einmal die Chips wieder verteilen. Ich habe jetzt voll Bock auf Fleischschwelle mit Joppi-Soße. Ich dachte, da wäre jetzt nur eine Proberunde an die gewesen. Nein. Das ist 10 natürlich. Nee, nee, nee. Ich war bei 10.500. Tage. Nee, Chips. Ja, ich weiß. Da spül doch mal mit, ey. Lass mich doch nicht so verhoben. Ich bin Chips nicht mehr, das ist doch schade. Der Bram, der leidet eh schon genug. Mäckst du denn was? Ja, ich habe Nase wirklich komplett zu und drei Zusten. Deswegen, Chad, wenn ich mal zwischendurch die Webcom kurz ausmachen sollte und ihr hört 30 Sekunden nichts von mir oder eine Minute, macht euch keine Sorgen. Aber das sind dann so Anfälle, das will ich nicht im Internet haben. Das ist wirklich nicht so geil. Warte mal, die Antwort weiß ich. So, ja, wir schauen mal kurz. Oh, ich sag 196 Tage. Ach, 196? Aber ich schätze mal 192. Aber muss ich jetzt mal tippen wieder? Äh, wir schauen mal kurz, ob das funktioniert. Also, ich probiere das jetzt nicht mehr so lange. Wenn nicht, dann wird es halt nicht funktionieren. Aber ich, äh... Ich finde auch, Peter sollte jetzt mit 9600 schon starten. Ich glaube, das war... Ja, aber wir haben doch... Im Zweifel spielen wir einfach die Runde, Andi. Wir haben doch gesetzt, dann haben wir gecheckt, also ganz normal die erste Runde gehabt. Gecheckt, gecheckt, checkt. Dann hat Sepp gesetzt, Bram hat erhöht. Und dann war nichts mehr. Also, wir müssen das jetzt nicht nochmal machen. Ich kann die Punkte neu verteilen. Ich fixe es gerade, dauert noch zwei, drei Minuten, dann sollte es funktionieren. Ja. Okay. Das ist das Schöne, wenn man das vorher testet, dann funktioniert es in der einen Umgebung. Ja, das passiert ja schon mal. Aber alles gut. Alles gut. So sind wir alle zeitig zum Streamen da. Aber dann können wir nochmal sagen, trotzdem, die Impfung sorgt dafür, dass das trotzdem okay ist. Ja, ich bin immer noch froh impfen. Also, dass das so läuft, bin ich echt zufrieden mit. Gibt's Gyros bei dir? Das hätte viel schlimmer sein können, finde ich. Ich hab Gyros heute gehabt, das war geil. Gibt's Rosmarinkartoffeln? Boah, ich geh jetzt vor Bock auf. Oh, gibt's Spargel, Peter? Gibt's nicht ganz. Spargel, Peter? Spargel wäre geil. Spargel? Gibt's Spargel? Die Bete sind mir auch sehr interessant vor. Nee, Spargel kannst du dann nicht mehr machen. Spargel und Erdbeeren. Spargel, Erdbeeren und Bitterbauen? Erdbeeren können ich mir ja noch vorstellen. Peter, was habt ihr für eine Füllung bei Le Tochter? Füllung? Bitte ab. Es war Füllung wie bei Schaschlik und Zürichus. Das ist ja nicht einfach nur Sahne, oder? Ich bin bei Torten so ein bisschen verwirrt, wie die Terminologie ist. Wir haben so ein paar Probestücke bekommen. Wodach schmeckt die denn? Wir haben zwei Ebenen. Die eine ist ein Carrot Cake und die andere ist ein Vanillekuchen mit leichter Mascarponcreme und Mandel und Gokant oder sowas. Alter. Kann ich auch eine? Ich ess die auch. Ist da auch die Puddingcreme mit Haut? Noch mal Neuladen? Noch mal Neuladen? Ja, bitte auch mal Neuladen. Und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Nur den Spektreiter, nicht den Hintergrund. Gibt es Creme Brulee? Äh, nein. Das Dessert ist die Hochzeitstorte. Geil. Weil keine zwei Desserts. Wir mögen Desserts ja nicht so gerne. Oh, gibt's Käse? Schauen wir mal. Gibt's Currywurst und Pommes nochmal um 12? Gibt's um 12 nochmal essen? Ja. Hey, gibt's da Käse? Nee, da gibt's Currywurst und Pommes. Ja, da hab ich auch schon mal gehört. Du hättest gehört. Okay, ähm, es scheint nicht zu funktionieren. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, das tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber dann wird's leider nicht funktionieren, weil ich jetzt nicht parallel noch hier den Code checken kann. Äh, ich weiß nicht, woran's liegt, aber dann müssen wir's jetzt leider ohne Watchbody machen. Das passiert. Ja, das ist belastend. Aber, ja. Passiert. Ja. Ist jetzt leider so. Ähm, tut mir leid. Ey, du passt dich auch nur am Piz wieder an, Andi. Ich weiß wirklich nicht, woran's liegt. Ähm, deswegen keine Ahnung. Äh, gut, das zu suchen und zu finden in einem Gimpsencode ist natürlich jetzt ein bisschen aufwendig. Ja. Dann nur nochmal kurz gerade gucken. Vielleicht. Schade, aber machen wir nächstes Mal. Ja. Wahrscheinlich. Sitzen denn gerade die Verantwortlichen im Teamspeak und beraten? Ja, Domi ist da, aber das... Wenn ich im Teamspeak gerade nach oben gucke, ist ja mal auf K-Channel. Weil es glaube ich nicht an denen liegt, sondern es liegt an mir, aber ich weiß gerade nicht genau wo, weil, äh, ich hab eigentlich alles gecheckt. Die Hälfte von Doman ist da. Okay, äh, müssen wir jetzt einfach so machen, ist jetzt so. Okay, äh, die erste Frage haben wir ja schon gespielt, deswegen gehen wir direkt zur zweiten Frage. Wir machen das einmal kurz hier, dann checke ich auch gleich die Coins. sehr gut. Ja, okay. Dankeschön. Ja, finde ich okay. Also, GZ-Christian. Danke, danke. So, 9600, 9600. Schön, dass ich mir das alles notiert habe. Sehr gut. Ähm, okay. Aber ich denke mal, ihr seid bereit für die nächste Runde, ne? Ja. Sehr gut. Peter, gut sieht's heute aus. Jetzt sehen wir nicht mehr, ne? Dankeschön. Achso. Ja, wirklich. Sehr extreme, nein, finde ich nice. Danke, danke. Wie wird Peter eigentlich nicht diesen geilen grünen Hintergrund? Ach, weil du ja selber streamst, ne? Stream selber, ja. Na, dann brauchst du den ja gar nicht, stimmt. Ja, ich muss euch mal hochgroß machen, ne? Ich seh euch gar nicht. Du musst mal groß machen. Ich sehe noch Jay nicht, das ist ganz okay. Okay. Ja. Leute, dann würde ich sagen, endlich bereit für die nächste Frage. Und die zweite Frage des heutigen Abends lautet folgendermaßen. Wie viele Fahrräder verspeiste der Franzose Michel Lutito oder wie auch immer man ihn ausspricht, im Zeitraum von 1966 bis 1997? Wie viele Fahrräder verspeiste er? Jeden Tag eins. Also wir reden von echten Fahrrädern. Die hat er gegessen? Ja. Also jetzt die kurzen Fahrräder. Nein, echte Fahrräder. Welchen Teil davon? Alles. Alles. Und Gummi auch. Ey, der hat doch nicht alles gegessen. Der hat das Fahrrad gegessen. Nee, kann ich nochmal ändern? Das Gummi... Okay, also der hat wirklich das Fahrrad komplett gegessen mit Gummi und Klingel und Fahrradsitz. Es kann natürlich sein, dass er gesagt hat... Ja, aber der Klingel hat ja nicht jedes Fahrrad, Jay. Du musst ja überlegen, heutzutage die Leute koften sich ein 200.000 Euro Fahrrad und haben irgendwie trotzdem keinen Klingel daran. Du kannst ja ein Fahrrad rosten lassen und dann trinken, weil du halt voll lecker findest, weil du den Rost geschmackst, Jay, und dann trinken. Aber es kann natürlich sein, dass er gesagt hat, irgendwie so, weiß ich nicht, die Speichen schmecken mir nicht so gut, die lass ich weg. Aber sonst hat er alles gegessen. Also er hat das ganze Fahrrad gegessen. Abgesehen von den Speichen dann schon. Wenn er das ganze Ding gegessen hat, dann lebt der Mann noch? Ob er noch lebt, weiß ich nicht, aber... Er schien ja ein paar Jahre zumindest durchgehalten zu haben, wenn das halt innerhalb von 30 Jahren... Ist das eine Joke-Rage? Gibt's den gar nicht? Ist die Antwort Null? Nein! Es ist... Ja, das ist bestimmt die in Null. Hey, Andi, jetzt gibt's dir noch Tipps, der ja. Jeder wollte Null eintippen. Schade. Ähm... Okay. Das ist bestimmt wieder 196. Das ist kein Tour de France, aber der sich eigentlich verspeist hat. Erwischt. 420, Jay. 420. Ich hab mal wieder schön 420 Fahrräder gegessen. Lecker. Meine Leibspeise. Aber vielleicht ist der dann manchmal so auf Tournee gegangen, weißt du, mit seinem Zirkus und ich kann Fahrräder essen. Hatte der wenigstens ein Messer und Gabel oder musste der abheißen? Die ist ja genau das gemacht. Welches Messer hast du denn, um dein Fahrrad gestillt zu essen? Weiß ich nicht. Aber ich frag mich generell, wie... Ich mein, vielleicht ist das doch so ein Trickding, ne? Und der hat sich jeden Tag immer so ein bisschen auf seinem Buddha-Brot abgeschabt. Weißt du? Dann geht das ja. Ja. Ah, so. Dann kannst du sagen, meinst du seit über 31 Jahren dann ein Fahrrad gegessen? Ja, keine Ahnung. Oder zwei oder so, ja okay. Du kannst das ja auch irgendwie bearbeiten mit einer Schleifmaschine und dann machst du das so zu Pulver und dann schmeißt du es in dein, so wie so ein, so wie so ein Protein-Shake, machst du dann so ein bisschen rein und... Ach du Scheiß, wer hat denn gecheckt? Ich checke. Sehr gut. Okay, alle sind noch dabei, das ist schon mal sehr schön. Äh, der erste Hinweis... Ja, es geht los, bitte. Meinst du, der hat dann auch so geschlungen, wenn der so Kacken war, kam in die ganze Klingel raus. Die gleiche Anzahl war irgendeine Pflanze des Jahres, ähm... Ne? Ne, also ich würde sagen, der erste Hinweis, der kann euch, der ist, der ist schon wertvoll. Er ist sehr wertvoll. Aber er wird euch wahrscheinlich noch etwas mehr verwirren. Ich lese ihn hier mal vor. Er aß außerdem 15 Supermarktwagen, sieben Fernseher, sechs Leuchter, zwei Betten, ein paar Ski, ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna, 150, einen Computer und einen Tag. Der hat ne Cessna gegessen? Ja. Der hat ne Cessna gegessen? Ja. Ne ganze? Ja. Pfff... Da ist Hunger. Ja, aber nicht so ein Modellding, ne, sondern so ein richtiges... Ey, da hat ein Flugzeug... Ist das kein Mensch? Aufgegessen? Ich wollte gerade sagen, sind die Transformers doch real? Weil die essen ja auch Metall. Jo, Peter, du hast recht. Irgend so ein Schrotthänder hat seine Maschine einfach Michel Lucchito getaut. Genau das ist gerade mein Gedanke dabei, ehrlicherweise. Dann, dann, dann... Ne Cessna? Also Flugzeug? Ja. Ja, aber ist ne Cessna 150 vielleicht so ein kleines Modellflugzeug? Ja, aber ist doch scheiße, also... Ne, aber also... Der Computer tut auch voll weh mit den ganzen Kontakten und so. Ich checke. Der hat quasi den ganzen Ludolfshof im Bauch gehabt, offenbar. Ich checke auch. Ja, wahrscheinlich nicht auf einmal. Ich glaube, der mochte das sehr gerne. 15... Weiß nicht, ob da Inhalt drin war im Sarg, lieber Chad. Ich checke auch mal. Ja. Alles klar. Ach... Tausend. Geraced. Ja, wenn schon, denn schon. Shay fühlt sich jetzt sicher nach dem Tipp. Ich fühle mich halt... ... doch nicht schlecht. Sondern man kann ja sehen, wie groß halt so ein... Ja, ja. Guck mal. Super... Wagen ist. Ja, ich lasse euch das mal machen. Ich seh mich da gleich. Ich seh mich da bislang auch. Ich seh mich da bislang auch. Du hast nicht mal den dreifachen Ding klein gesessen. Das ist viel zu wenig. Sehr schön. Okay, also wir haben hier zwei, die rausgegangen sind. Unsere Geschäftsführer. Der Rest ist noch drin. Vielleicht bringt euch der zweite Hinweis ein bisschen näher an das gesuchte Eck. Es gibt doch auch mal ne schöne Bestrafung. Hätten alle Mitarbeitenden bei Pizmied an Fahrrad, hätte Lotito allen das Fortbewegungsmittel wegessen können. Oh. Ja, okay. Aber das heißt ja nicht, dass er nach oben offen ist. Ne, wir können auch mehr als 500 Fahrräder gegessen. Also wenn er 20 gegessen hat, passt die Aussage immer noch, oder? Da ist die Mindestanzahl. Gut, dass die Geschäftsführung weg ist, denn die kennt ja die gesamten Mitarbeiter. Ich checke. Jay macht sowieso Ramos. Äh, check. Oh. Alles klar, ihr seid ja richtig... Spannend. Gefällt Christian nicht. Christian raced 1.200. Du hast 1.200. Du hast 1.200. Ja! Warum denn nicht? Es ist... Ich hab... Ich hab doch jetzt nicht... Ich hab doch jetzt nicht... Ich hab doch jetzt nicht zwei... Ich hab jetzt nicht zwei Aster oder eine Kornikova da auf dem... Oh, eine Kornikova ist sowieso nicht so gut. Ja. So, deswegen... Ich weiß, das sieht geil aus, aber scheiße oder so. Jetzt können wir es anfangen richtig zu bieten. Mit der Antwort. Mit der Antwort wird's erst interessant. Genau. Äh, nur mal für euch als Hinweis, ne. Die Antwort wird jetzt aufgedeckt. Die Antwort war eh ne gute. Aber wir haben nochmal ne Setsrunde danach. Das heißt, äh, jetzt nicht direkt verraten, äh, was ihr habt. Die richtige Antwort. So viele Fahrräder hat er in der Zeit gegessen. Es waren 18 Stück. Er hat selber gesagt, nach eigener Aussage, die Fahrradkette war am leckersten. Ja, klar. Die ist ja auch geölt. Ja, die geht runter. Die geht runter wie... Ja. Und Sepp? Da hab ich nicht dabei zugeschaut. Ne, aber vielleicht gibt's ja Videos. Ich mein, 1997 zumindest, da gab's ja schon Internet. Ein Race 1500 von Christian, äh, von Jay, nachdem Sepp gecheckt hat. Christian geht da mit. Sepp müsste jetzt auch noch mitgehen. Oder er geht raus. So viel ist das Geld schon reingesteckt. Das wäre erst die zweite Runde, ne? Und Sepp, wir haben auch immer das mit. Also, ich bin auf jeden Fall nicht letzter nach der Runde. Okay. Das heißt, wir kommen zum Showdown. 13.100 sind im Pott. Und der letzte, der geraced hat, war Jay. Das heißt, Jay decken wir zuerst auf. Jay. Jays Antwort sind... 27. Christian sagt... 27. Oh mein Gott! Sepp sagt 24. Oh mein Gott! Sepp gewonnen. Und hat damit den Pott und ist damit näher an den 18 dran. Hast du gerade Ohnein gesagt, Sepp? Eigentlich hättest du meine gar nicht zeigen müssen. Ich wollt noch ein bisschen die Dramaturgie erhöhen, aber Andi hat direkt aufgedrückt. Ja. Ich hab's direkt durchgeballert hier. Sepp, bekommt den Pott 13.100. Das hat reingekilliert. Das hat geschallert, ey. Brauch ich gar nicht viel machen. Der Jonathan, der killt sich schon selber. Ich glaube, du hättest meine gar nicht zeigen müssen. Hätt ich nicht. Christian hätte sagen können, er will nicht zeigen. Okay, dann frage ich euch beim nächsten Mal. Alles gut. Alles gut. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Sepp. Damit bist du Chip Leader. 18.100. Und Christian jetzt mal 5.500. Aber das war ja okay. Ich finde auch, das war okay. Mit 27 war, also 24 ist jetzt auch nicht so viel näher dran. 24 habe ich mich schon kacke gefühlt. Komm, let's go. Ich hab mich auch nicht kacke gefühlt, deswegen dachte ich halt so, ja Abfahrt. Sonst hätte ich nicht gecoilt. Also, naja. Schon okay. Natürlich, das wird heute ein kurzer Abend, ne? Im Zweifel für Christian oder mich. Ja, mal gespannt, ne? Also, wenn ihr die Geroldsteiner-Fragen noch mitspielen wollt, dann müsst ihr ein bisschen Ja, würde ich schon gerne. Denn... Ja, da kannst du... Mindestens eine wirst du mitspielen können, denn die nächste Frage ist eine Geroldsteiner-Frage. Also, bevor wir die machen, muss ich noch auf Natsudragnil1218. Natsudragnil! Ja, denn... Ich bin sehr gespannt. Ey, Bram. Das war... Also, folgender Inhalt war 100 Euro wert. Oh Gott. Also, erstmal vielen Dank dafür, ja. Dankeschön. Das ist ein bisschen Aufmoderung. Das ist doch ganz schön. Dankeschön. So. Jetzt muss ich... Ich muss mich konzentrieren jetzt. Ey, Bram. Ja, bitte. Mächtige Raumschiffe, die Sith gebaut haben. Sei still, Yoda, und lass die Fliegen in Ruhe. Ja. Kannst du den nochmal wiederholen? Warte mal. Wiederhol den mal wieder. Der ist so scheiße! Ich hab keine Ahnung, aber wie dumm ist der denn? Und dann Brams Gesicht dazu, hä? Hä? Ihr habt mich nicht mehr kapiert! Mächtige Raumschiffe, die Sith gebaut haben. Sei still, Yoda, und lass die Fliegen in Ruhe. Ja. Danke für das Geld. War mega. Richtig, richtig guter Witz. Wir hatten ja schon schlechtere. Also... Das Schöne ist, ich kann die Raumschiffe gerne im Pacer mit meiner Klatsche hier. Besser wird's nicht, wer weiß. Also, falls ihr nachlegen wollt. Ey, Bramwitze, ne? Ab 50 Euro. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Okay. Guck mal, der wurde sogar zweimal vorgelesen, weil der war doppelt so viel. Ja. Stimmt, ja. War ich sogar nett. Ziemlich lustig, Mensch. Wir kommen zur Frage Nummer drei des heutigen Abends. Und diese Frage ist eine Frage, die direkt mit Gerolsteiner zu tun hat. Denn wir wollen ja ein bisschen lernen, woher kommt eigentlich das Wasser, ja? Also das Gerolsteiner Wasser... Um den Supermarkt, oder? Aus der Flasche. In den Warenkorb. Ja, aber wie kommt die da rein? So, also das ist eine Sache. Ach, so lecker und kühl. Und wie kommt die überhaupt in die Lage, da überhaupt reinzukommen? So, das wollen wir ja lernen, so. Ach die Scheiße. Und jetzt, ne, wie wird das Mineralwasser gewonnen? Und nur mal für euch zur Info, vielleicht bringt euch das was, ja? Also das Quellgebiet ist in der... Krieg ich schon vorher? Mein Gott. Ja, also wir wollen ja ein bisschen was lernen. Also ich bin jetzt mal so nett, jetzt meckern nicht. Das Quellgebiet ist in der Vulkaneifel, ja? Scheiße, das hätte ich gewusst. Ja, da waren wir schon. Wir hätten jetzt auch schwätzen sollen. Die Reponierten sind ja durch den Wald gelaufen. Wir waren nicht exakt an der Stelle, aber daneben. Stimmt, ihr wart ja da, ja, genau. Und in der Region Geroldstein, ja? Also die holen das ja aus der Tiefe, so. Und da ist Kohlensäure, vulkanischen Ursprungs. Also die ist da schon. Und diese Kohlensäure trifft auf Dolomit. Das ist so ein Kalkgestein, ja? Das ist Kalzium drin und Magnesium, so. Und die Kohlensäure, die löst jetzt das Kalzium und das Magnesium. aus dem Dolomit. Normalerweise funktioniert das sehr schwer, aber die Kohlensäure kann das. Und das ist dann jetzt auch im Wasser drin. So, habt ihr verstanden. Das ist ja so, als wenn wir jetzt, also, wenn man jetzt ganz viel Geroldsterner trinkt, dann sind wir wie der Franzose, nur dass wir halt Dolomiten vergessen haben. Sozusagen. Also, naja. Auf eine gute Art, ne? Es ist ja, also, es ist ja jetzt, ne? Ihr esst ja keine Steine. Dolomiten macht dich stark. Alter, das war ein geiler Dolomiten-Snacken hier. So, jetzt habt ihr aber aufgetast, haben wir gesagt. Das ist besser als stark. Da ist Kohlensäure drin, ne? So. Ah. Habt ihr jetzt ja gelernt. Ja. Deswegen liegt die nächste Frage nah. Wie viel Kohlensäure enthält denn ein Liter Geroldsteiner Sprudel? Das will ich jetzt von euch wissen. Ein Gramm. Welcher denn? Medium, Klassik? Geroldsteiner Sprudel. Ja, aber die gibt's doch in Klassik und Medium. Geroldsteiner Sprudel. Geroldsteiner Sprudel. Geroldsteiner Sprudel. Geroldsteiner Sprudel, James. Ich muss ja mal eine Unwissenheit hier ein bisschen kundtun und hab immer gedacht, das wäre so ein Gas. Ja. Das kann man natürlich jetzt in Gramm machen, aber das... Ich geh mal kurz trinken holen. Tja. Ne, also bitte schaut jetzt nicht auf eure Flaschen drauf. Achso. Das wär ja jetzt typisch. Ja, aber die Frage ist konkret formuliert, das steht auch so online, also das kann man so nachschauen, wie viel Kohlensäure enthält ein Liter Geroldsteiner Sprudel in Gramm. Kommazahlen gingen nicht an, oder? Ne, ganze Zahlen bitte. Christian, ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch etwas verwirrt, was das Gewicht angeht. Ja, du kannst es ja ein Gewicht logischerweise angeben, aber... Ja, aber ich dachte, es wäre weniger als ein Gramm. Also, what the fuck. Also, auf dem Etikett wird es dann in Gramm stehen. Ich weiß es, ich kann es nicht kontrollieren, weil ich hab hier nur äh... Oh, warte mal. Ich hab doch... Ich hab doch gesprudelt zum... Ah... Ah... Ich hab für meine Mama hier für so einen Sodastream oder so, gibt's ja so diese Nachfüllflaschen gekauft. Und da steht drauf, wie viel Liter du damit machen kannst und die Flasche ist wie schwer. Kannst du deiner Mutter mal bitte beibringen, Geroldsteiner Wasser zu trinken? Ja, sollte ich mal tun. Ich glaube, ich sollte in meinen Kasten kaufen gehen. Ja. Ja. Boah. Das ist keine einfache Frage, aber wie gesagt, wir wollen ja was lernen. Und das ist auch der Gag bei Quizpoker. Meistens sind ja Fragen, die man nicht beantworten kann. Und dann ist die Überraschung ja nur umso größer, wenn man dann sehr nah dran war. Also, ich konnte easy beantworten. Halt falsch, aber ich konnte easy beantworten. Hahaha. So sämlich. Super. Wir haben alle... Wir haben alle Antworten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das hier sind die Antworten. Und Jay beginnt. Ja. Big Blinds sind 400. Heißt... Ähhh... Trinkholen. Hahaha. Jay guckt ja so nach, finde ich gut. Ja, das wäre jetzt blöd, wenn wir bei der Geroldsteiner-Fracke rausgehen. Hahaha. Also das... Also das mit dem Fahrrad war abstrusend. Das ist ja wohl jetzt noch naheliegend. 1.200 müssen gesetzt werden, 200 setzt werden. Wieso bist du jetzt auf einmal so confident hier? Äh... Ich hab... Weiß ich nicht. Also ich hab hier so ne Flasche neben mir stehen. Da hab ich mir aber nicht die Inhaltsstoffe angeguckt. Ich auch nicht. Hahaha. Tja. Und Andi hat ja extra gesagt, man soll ja nicht drauf gucken, weil er wär schon reulig. Ja, das wär... Ja, das wär... Also ja, das wär ja wirklich... Aber fände ich hier gar nichts drauf, oder bin ich auch nicht drauf geguckt? Weil das wär ja schon nicht... Also zumindest bei Geroldsteiner Medium seh ich das nicht. Ich weiß es aber. Ich muss mir kurz die Insider-Infos von Geroldsteiner bekommen. Sepp, dir ist natürlich klar, ich trinke ja immer naturell. Also das bringt mir gar nichts, selbst wenn ich drauf geguckt hätte. Ich trinke immer mit Kohlensäure. Achso. Aber Medium. Also ich kann euch ja gerne mal zeigen, guck mal da ist das Etikett. Fehler verrat doch nicht. Und ich glaube da... Da steht da nicht drauf, Sepp. Da steht da nicht drauf. Da steht da nicht drauf. Das ist das Heilwasser doch, oder nicht? Ach, das steht da nicht drauf? Das steht da nicht drauf. Das wär doch jetzt schlecht, wenn die Antwort sagst. Das ist doch das Heilwasser, oder nicht, was du da gerade in der Hand hast? Medium. Das war Medium. Das Heilwasser. Ja, ist ja kein Geroldsteiner. Nein. Nein, Heilwasser ist nochmal ein anderes Getränk von denen. Das heißt halt so. Ich kann euch sagen... Also ich finde, da steht Geroldsteiner Medium. Quarz T40 hat 0. Okay. Okay, also. Jay und Peter sind raus. Die anderen sind noch drin. Und wir kommen zum ersten Hinweis. Der da lautet. Wäre eine 1 Liter Flasche Geroldsteiner mit der gleichen Menge Gold versetzt, würde sie etwa das 700-fache kosten. Das ist doch mal ein Tipp. Okay. Warte mal. Was? Kannst du überlegen? Eine Flasche Geroldsteiner kostet so wie x dann mal 700? Ja, man weiß ja ungefähr, was zu uns kostet. Ja, das kannst du jetzt in Goldpreis umrechnen, den wir alle im Kopf haben natürlich. Und dann weißt du doch direkt Bescheid. Das könnte auch im Golfpreis sein. Vielleicht ein bisschen weniger. Also jetzt Golf GTI? Ja genau. Ich sag schon mal so, wie es ist. Mit weniger als die, die wir in der ersten Runde gesetzt haben, kommt man da nicht raus. Ne? Dann finde ich ja sonst alles Schmutz. Ja, du hast nur 1050 gesehen, aber wir haben 1200 in der ersten Runde schon gesetzt. Ja gut, du rechnest ja anscheinend nicht mal. Also hast du nix. Oder er ist schon fertig. Mit rechnen? Ja. Vielleicht ist ja eine Nebenwirkung von Corona, Kopfrechnen richtig gut. Ja, Kopfrechnen nicht. Ha! Kopfrechnen richtig gut. Kopfrechnen richtig gut. Das steht ja genau. Das steht ja genau. Risikonebenwirkung. Soll ich mal kurz auf mein PCR-Ergebnis gucken. Steht jetzt so, dann nehmen wir den Kopfrechnen richtig gut. Also, Alarm gesetzt, 8400 sind im Pott und wir kommen zum nächsten Hinweis. Geroldsteiner Medium enthält 4,5 Gramm Kohlensäure. Aha! Das ist immer noch ziemlich gut. Geht trotzdem nicht. Und Sepp beginnt wieder. Oh, ich checke. Oh, ich checke. Oh, ich checke. Wenn wir, also ich muss sagen. Wie hättest du die 4,5 Gramm gerundet? 5? Oder 4? Wird aufgerundet, ne? Oh, der hätte die auf 8 gerundet. Naja, wenn einer 4 und einer 5 schätzt, dann wären beide gleich weit. Aber 4,5 wird doch aufgerundet nach Mathe. Ja, ist ja egal. Es geht um die Entfernung. Ja, aber es geht um die Entfernung. Okay. Die Entfernung, ja, okay. Die Antwort sind 1,7. Ja, also ich checke auch. Komma sieben, ja. Hä? 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 Christian erwählt. Oh, was? Und geht all in. Und wir sehen Christians wunderbaren Körper. Hallo. Und Sepp müsste jetzt dran sein. Abfahrt! YOLO! Also Christian, wenn ich jetzt reingehe, ne, bin ich immer noch besser, als ich angefangen habe, ne? Ja, dann rein. Aber im Zweifel fiege ich dich hart. Gefällt mir. Okay. Sepp geht mit, Brammen geht entweder auch mit oder raus. Brammen hat nichts. Das hätte er nicht gecheckt. Deshalb wird er jetzt so ein bisschen so tun und wird sagen, ne. Ne, ich würde mir tatsächlich überlegen, dass wie vielfache hat denn wohl, äh, Georg Steiner Sprudel von dem Medium. Medium? Wofür steht Medium? Ja, dann ist es in Ordnung. Aber, mindestens heißt ja, ist das dann eher so 10 oder ist das eher so 30? Ne. Also eher so 10. Das sagst du jetzt. Würde ich jetzt behaupten, Brammen. Das sagst du jetzt. Würde ich jetzt behaupten, Brammen. Also, ich kann mich ja auch irren, aber ich würde jetzt so Richtung 10 gehen und dann bin ich mit meinen 10 ganz gut. Wenn du 69 getippt hast, Brammen würde ich rausgehen. Brammen kannst du jetzt mal setzen, so langsam wird das Stehen anstrengend. Ja, tut gleich. Alter, 196 Tage, sagst du gut. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Ja, okay. Brammen ist raus und das Ding ist jetzt hier eins zwischen. Ich muss nur noch gegen Christian gewinnen. Nice! Den 1. Den 1. Christian ist all in. Das heißt, trifft er, bekommt er die Chips und er ist noch drin und es sind beide noch drin, wird er jetzt verlieren gegen den Set. Er wird doch nicht all in gegangen sein, wenn er voll Crap hat. Ich weiß ja, ich kann doch nicht mal schätzen. Also keine Ahnung. Ja, mehr als 4,5. Wenn du jetzt 3 hast. Mehr als 4,5 habe ich. Okay. Unendlich viele Möglichkeiten. Ne, nicht unendlich. Ne. So. Wir sparen uns natürlich die letzte Sets-Runde. Ist klar. Ich zeige euch jetzt die Antwort. N. Ja, wäre auch schön, wenn ich jetzt nochmal sitzen dürfte. Die Antwort lautet, Gerotsteiner Sprudel 1 Liter enthält 7 Gramm Kohlen. Oh, das hat Sepp nicht erwartet, da das so wenig nur ist. Ne, ich war ja bei 10. Also ich hätte auch das Doppelte getippt. 7 Gramm Gold, 402 Euro. Nach dem Tipp. Also, war ein kurzer Abend, ne. Auf Wiedersehen. Christian, du hast 8. Ich habe ein bisschen mehr. Ja, 9. Ja, aber Sepp hat bestimmt auch mehr. Ich habe auch mehr. Ist all in. Das heißt, wir schauen uns zuerst Christians Schätz-Ergebnis an. Ich habe mehr als 7. Christian sagt 32 Gramm. Sepp sagt 12 Gramm und holt damit den Pott und wirft damit Christian raus. Ja, dann ist es natürlich belastet. Du hast 2 Mal halt was maler getan. Ich habe einfach gedacht, mich wirft da so früh doch keiner raus. Ja, das war schade. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sepp. Und ja, schade Christian. Dritte Frage, direkt raus. Sepp war 26 V. Nein, es war die dritte. Ja. Sehr schön. Ich dachte, du bist gut dabei. Wusste ich ja nicht. Krass, ey. Da wäre ich mit 12 auch nicht schlecht gewesen. Ärgerlich. Es ist aber auch wirklich nicht so einfach. Also, ich habe da auch überhaupt gar kein Verhältnis zu irgendwie das gut einschätzen Nee, gar nicht. Ich trinke das ja nicht mal. Ja, ich trinke auch nie Sprudel. Deswegen, aber ja. Sprudel, ich meine in besagter Flasche waren 500 Gramm drin und für 64 Liter Wasser würde das reichen. Okay. Ja, so kann man es sich vielleicht auch herleiten. Also. Schade. Alle noch drin. Christian Erster. Also, wir sind alle noch drin, bis auf Christian. Christian ist der Erste, der heute Abend hier rausfliegt. Wir haben aber trotzdem noch einige Fragen hier vorbereitet. Ich weiß nicht. Willst du noch da bleiben? Oder? Da spielen wir keine zweite Runde heute. Kann auch gut sein, dass die zweite Runde wird, ne? Dann gehe ich einfach. Das ist doch okay. Wir gucken, was jetzt noch passiert. Ja, sehr schön. Übrigens, ne? Falls ihr jetzt noch mehr wissen wollt. RESTART. Ja, finde ich auch gut. Immer wenn einer an RESTART fliegt. RESTART. Außer wenn Sepp rausfliegt. Sepp hat beschissen. Das steht wohl auf der Flasche. Wir gucken jetzt mal auf die Flasche drauf, was da drauf steht, Leute. Ich finde das... Wo steht das denn? Hyrogencarbonat. Ja, genau. Das steht da nicht. Natrium, Magnesium, Chlorid, Sulfat und Kalium. Und vor allem auch in Milligramm. Stimmt, in Milligramm. Das heißt, du kannst das gar nicht wohlrechnen. Also Leute, du könntest nicht mal mit dieser Flasche bescheißen, wenn du sie dir ganz genau durchgehst. Und das ist immer noch Medium. Dann stell dich auch mal schön. Ja, gut. Aber das hätte ja geholfen, Jonathan. Das hätte ja auf jeden Fall geholfen, wenn ich wüsste, bei Medium wären halt... Das lernt ihr da mal nicht auswendig, ihr Ficker, falls da mal was drankommt. Hab ich schon. Das ist schon passiert. Tut mir leid. Hab ich schon. Äh, falls ihr, äh, noch mehr Informationen haben. Ich hab nur die Auflage. Also 56 Milligramm Hydrogencarbonat oder so ist da drin. Buh. Buh. Sehr schön. Ich kann euch noch was sehr Interessantes zur Kohlensäure sagen, falls es euch interessiert. Ja. Aber, ähm, es ist so, die Kohlensäure ist ja schon natürlicherweise im Wasser. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Sehr interessant. Also ich dachte irgendwie, das wird nachdenken. Du wieder nicht weißt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Das muss ja aus tausenden von Metern Tiefe, kommt das ja nach oben geblubbert. Und dass das dann noch Kohlensäure hat. Also bei mir hat das teilweise nicht mal Kohlensäure, wenn ich das im Rucksack habe, die Flasche, und dann ein bisschen durch die Gegend laufe und dann ist schon alles. Andi, hast du das noch nie gesehen, wie Medium hergestellt wird? Die haben da so einen riesen Kanister. Der ist dann wie in so einem Gyro-Ball drin. Der wird die ganze Zeit geschüttelt, ne? Ja. Bis es die richtige Kohlensäure drin hat und dann wird es abgefüllt. Okay. 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 Was aber auch noch sehr interessant ist... Ich kann euch jetzt dem Stream zugucken. Ja. Könntest du mal. Jetzt kannst du uns lesen. Wie ein Buch. Was auch noch sehr interessant ist, ist, die Kohlensäure ist schon im Wasser. Das wird gefördert und dann wird das in der Fabrik, die Kohlensäure wird dem Wasser wieder entzogen und dann genau so viel von dieser Kohlensäure wieder zugefügt, dass es dem Standard entspricht, weil es kann ja auch ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger. Ja, ja. An warmen Tagen, an kalten Tagen. Und nehmen die gleich und packen es. Keine Ahnung, wie die das machen, aber also, ja. Es funktioniert schon. So mit der Hand reinhalten. Ja, zum Beispiel. Als wenn ich dir 100 Euro klaue und dann gebe ich dir 30 wieder und sag, das ist so viel, wie du brauchst. Und dann ist es einfach perfekt. Ja gut, aber das ist ja irgendwie festgelegt, wie viel Medium haben muss und sprudel, sprudel. Genau, ja. Wäre ja blöd, wenn das immer anders ist. Guck mal, jetzt kann ich euch endlich lesen. Ja. Sehr, sehr schön. Also beeindruckt euch mal, ich bin echt fest davon ausgegangen, dass wir die zweite Runde machen. Das machen wir ja immer ein bisschen davon abhängig. Wir haben ja das letzte Mal eine zweite Runde gemacht. Jetzt sind wir aber keine. Bei der ersten Show. Ich glaube bei der allerersten kann das sein. Ach scheiße. Schattengänger hat 50 Euro dagelassen und schreibt Abram. Ja, bitte. Gute Besserung. Dankeschön. Oh. Sehr nett. Sehr schön. Und ich habe einen Steifen. Andy, was erzählst du? Hast du? Ich bin Sponsor des Gmail. Sorry. Manchmal bin ich ein bisschen Exhibitionist. Äh, Abram. Ja, bitte. Ich finde dich, Andi und alle anderen von Pete's Meet sowohl vor als auch hinter der Kamera richtig, äh, nee, geil. Richtig? Wow. Ne, geil. Das ist sehr freundlich. Ich habe einen Steifen. Du auch? Was ist hier los mit euch? Ey, ich bin auch an die Seite heute. Ja, ist ja gut. Und Cranky Eskada. Das ist die Übung von Corona. Ja. Cranky Eskada auf 50 Euro dagelassen, Abram. Ja, bitte. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee Jumping? Äh, bei dem einen schlägt man einen Ball, bei dem anderen kriegt man die Bälle geschlagen. Auch gut? Beim Tennis hat man mehrere Aufschläge. So. Oh. Nei. Oh. Ja. Sehr schön. Das seht ihr nämlich heute um 8 Uhr, weil ich war Tennis spielen. Oh. Oh, ja. Stimmt. Im Blog, ja. Aber jetzt noch nicht gucken. Ja, aber nicht jetzt gucken. Also erst streamen und danach Video. Ist ja BOD. Das ist ja das Tolle daran, ne? Könnt ihr immer gucken, wann ihr wollt. So. Die erste, Georg Steiner Frage. Ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Ähm. Wir werden noch weiter lernen. Das kann ich euch sagen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt kommt erst wieder Quatsch. So. Ihr seid bereit? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zur Frage Nummer 4. Und die Frage ist, wie viele Badezimmer gibt es? Oh, das weiß ich. Das hatten wir schon mal. Oh, das weiß ich auch. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Hatten wir das nicht mal? Oder war das mit Schlafzimmern? Aber dann haben wir es. Wie ist das denn Kacke, wenn du das weiß? Das kann. Ich weiß nicht. Selbst wenn wir das schon mal hatten, ist das ja ein guter Test, ob wir uns das merken können. Ja, natürlich nicht. Nein. Wie immer. Das ist immer das Schöne, weil wenn ich Fragen raussuche, ich kann mir nicht alle Videos von euch angucken und schon sagen, hier, die Frage gab's schon mal. Aber ich weiß ja, dass ihr das eh immer wieder vergesst. Alles für die Quizshow, Andi. Alles für die Quizshow, Andi. Ihr werdet es auch nicht merken. Mal gucken, was die Jungs da so schätzen. Bitte? Ich kann ja jetzt sehen, was die Jungs da so schätzen. Ja. Ich hoffe, die können mir dann nicht an meinem Gesicht ablesen, wer jetzt hier gut dabei ist. Ohhhh. Wieso? Sag einfach nicht die Antwort wie Sepp. Ja. Die Antwort. Woher soll ich denn wissen, wie viel Badezimmer so ein scheiß weißes Haus hat? Kurz vorm Finale habe ich mich verquatscht, weil ich dachte, die sehen das. Aber... Ja. Das hier sind alles Schätzungen. Viel zu viel geschätzt. Ach so. Peter beginnt. Und er callt direkt. Call of the wild. Ey, ja. Auf jeden Fall. Weißes Haus und so. Ja. Die 200 call ich da auch. Call on me, Junge. Sehr schön. Die erste Runde. Ohne Probleme. Die Bühne gegangen. Der erste Hinweis. Er wird euch hoffentlich weiterhelfen. Vor allem vielleicht einem ganz besonders hier. Ich bin mal gespannt. Christian. Wäre Silvia Wollny, Präsidentin der USA, könnte jedes ihrer Kinder drei Badezimmer belegen und es wären immer noch Badezimmer frei. Ohhhh. Wem sollen das jetzt genau helfen? Auf wen hast du denn da so abgebrochen? Shay war schreitlich. Ach so. Die Wollnys habe ich nie gesehen. Oh, okay. Ich hab die mal gesehen. Ich weiß nur, dann heißen die nicht da alle irgendwie. Jeremy Pascal, Chantal, Andreas und so. Die ist das! Hallo? Ach so. Momek, ich hab letztens noch den TikTok von der gesehen. Hatte die nicht neun Kinder? Hatte die nicht neun Kinder? Acht oder neun? Ja, da hatten die Kinder auch gezählt. Ja, wie viele denn? Frank oder so. Und ganz am Ende hieß der dann ja Klaus-Gunter-Wodka oder so'n Scheiß. Klaus-Gunter-Wodka. Äh. Ja. Dann. Ja. Das ist die Frage, ob das jetzt dir was weiterhilft. Ja. Das hat mich gerade von Checken auf mich Racer gesetzt. Okay. Okay. Sehr schön. Äh. Ne. Da hab ich mich, glaub ich... Wobei... Wie viel hassen... Ja, wir spielen einfach nur ne neue Runde, oder? Let's go. Was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt für ne Artikel hier? Wir spielen nur ne neue Runde. Ey, was denn, wenn Christian schon raus ist? So blöd. Dann geh ich jetzt mit. Dann spielen wir jetzt vernünftig. Bin auch mitgegangen. Ne, vernünftig ist das ja eben nicht, Jonathan. Du kennst das nicht. Doch. Ist das möglich, dass ich richtig bin? Ja, bei mir auch. Ja, okay. 9600 im Pott. Wir sind immer noch bei Frage 4, ne? Nur noch mal zur Erinnerung. Alle haben gesetzt. Und der zweite Hinweis lautet. Wenn Pete pro Sitzung etwa 40 Minuten benötigt, könnte er an einem Tag alle Badezimmer im Weißen Haus bequoten. Okay. Ich finde es ein schönes Verb. Die deutsche Sprache bietet einem so viel, ne? und verlangt so wenig. Okay, also jetzt. Es wird hier mit hohen Einsätzen um sich geworfen. Das ist auch für mich neu, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Falls ihr das Format nicht oft guckt. Es ist nicht immer so. Sie lernen auch dazu. Oder auch nicht. Ja komm, Alter. Dann kann ich auch all in gehen. Ich bin sehr confident auf jeden Fall. Jay ist all in. Peter muss nachziehen auf 5900. Boah, alter Faller, ey. So, wenn ich jetzt hier mal so rumrechne, finde ich das alles gar nicht so geil. Aber vielleicht seid ihr noch schlechter. Peter. Peter geht mit. Sepp hat natürlich die Chips. So bad bin ich nicht. Dann geh doch mit. Jetzt sind wenigstens mal Tipps. Da kann man mit arbeiten. Da kann man was rechnen. Das ist die Lösung. Genau. Na ja, der gute Fortnite-Tanz sehen wir gerade oben. Professionell ausgeführt. Mein Gott, die Hände bewegen sich einfach so komplett random hin und her. Irgendwie. Du musst in die Lisa und Linda School of Dancing gehen. Dann weißt du, wie das geht. Ich bin gar nicht so gelenkig. Ja, ich coile dann auch noch. Sehr schön. Sehr schön. Also, alle sind dabei. Jay is all in. Und ich werde euch jetzt die Antwort sagen. Aber denkt dran, wir haben ja noch eine Setzrunde zumindest. Für alle außer Jay. Die Antwort. Im Weißen Haus gibt es 35. Sogar einer weniger. Badezimmer. Schmutz. Und Brammen beginnt. Ihr könnt natürlich auch alle checken. Warte mal, wird das dann hinkommen? Ich checke. Mit den 40 Minuten? Ja, pro Sitzung. Außer ich habe mich verrechnet. Ich kam auf 36. Aber ich kann mich auch verrechnet haben. Ja, da kann er ja trotzdem alle berufen. Ja, aber dann kannst du ja trotzdem. Also, deswegen habe ich ja auch ganz anders getippt. Na ja, Aussagen. Der ist schon wieder hingesetzt. Die faule Sau. Peter hätte noch. Genau. Ich weiß doch, dass ich raus bin. Wieso weißt du das? Ja, ich bin gut. Ja, weil ich den Typ gesehen habe. Achso. Jetzt müssen wir gleich wieder rechnen. Nee, musst du nicht. Nur wenn Sepp callt, musst du rechnen. Stimmt, das kommt ja auch drauf an. Dann überlege jetzt schon die Differenz von 5900. Ja, ich muss ja mal sagen. Das ist ja schon so ein Rechengate. Ich glaube, wir sollten die Frage nochmal wiederholen. Bei dem Tipp. Also, mein Rechner sagt auch 36. Ja, aber du kannst ja trotzdem dann 35. Weil der kann aber nicht alle bequoten. Es geht ja um die Mindestmenge. Ja, genau. Das ist die Mindestmenge. Das ist schon richtig. Könnte er an einem Tag alle? Kann er ja nicht. Doch, kann er wohl. Ja, wenn er sogar 36 kann, kann er auch 35. Ja, ja, genau. 15 wäre ja genauso richtig. Der ist ja mental blockiert. So, dann geht er nicht. Achso. Der warst ja auch 39. Ah, ist ja doch nicht rigged. Ja, scheiße. Ich habe versucht den Kopf aus der Schlicke zu ziehen. Hat nicht geklappt. Scheiße. Aber Sepp überlegt immer noch. Ich bin mehr als fünf weg davon. Das heißt, jemand anders könnte 30 haben. Ja, ein bisschen Bewegung ist gut. Hier auch der Karpentut. Ich gönne euch das. Komm, ich brauche noch einen Gegner. Ja. Okay. Sepp geht raus. Das heißt, das ist ein Showdown zwischen den beiden Call-Ins. Aber von Sepp habe ich, also mein eigenes Geld kriege ich schon mal wieder, wa? Ja. Die Differenz zwischen 5.900 und 8.500. Fals. Das heißt, selbst wenn ich falsch habe, bin ich nicht raus, richtig? Das ist richtig. Du kriegst deins und die Differenz von Sepp dann, oder? Genau. Ich bin nicht mehr all-in. Es ist sehr kompliziert. Wir werden das Schüsse von Bram. Herzlichen Glückwunsch. OJ ist schon mal ultra weit weg. Nice. Bist du ultra weit weg? Ich bin mal drin geblieben. Ja. Bin ich. Bram hat zuletzt geraced. Bram hat zuletzt geraced. Bram muss aufdecken. Ja. 42. Oh, gut, dass ich raus bin. Oh, da guckt Jay nicht. 52. Ja. Damit ist Bram näher dran. Und Bram gewinnt den Pott von 26.200. 43, Bram. Was bedeutet Jay ist raus? Ja, 43. Ja, dann gönne ich halt auch mal. Ah. Scheiße. Geil. Kurz los. Das heißt, Bram bekommt den ganzen Pott, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, bekommt er. Geil. Ich nehme das Geld an. 26.200 auf das Konto von Bram. Und damit ist jetzt neben Christian auch Jay raus. Ich bin sehr gespannt, ob... Also, vielleicht machen wir heute sogar drei Runden. Das kann... Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Christian hat das angefangen. Oder? Ja. Ja, musst du ja nicht nachmachen. Ich bin halt davon ausgegangen... Nee, ich möchte ja nicht, dass du die ganze nur rumsitzt. Das ist ja auch doof. Ich hab ja einfach nur gespielt und hab halt einfach gegambelt und verloren. Also... Ja, ich auch. Aber das wollen wir ja auch sehen. Ne? Also, ihr macht das ja schon sehr richtig. Ich bin sehr stolz auf euch. Äh, das ist ja Unterhaltung. Ne? Also, ich war ja gar nicht so... Ich war ja gar nicht so weit weg. Also... Hm. Ja. War machbar. Nicht so weit. Peter, wie viel hast du eigentlich? Oder willst du das nicht sagen? Äh, 23. Also, äh, zu weit weg. Ja. Ich war zwölf zu weit weg. Okay. Zwölf? Ja, guck mal. Dann wärst du trotzdem noch vor Jay gewesen. Ja, vor Jay schon. Aber nicht vor Bram. Ja, klar. So. Wollni. Wie heißt die Kinder denn? Silvia Wollni hat elf Kinder? Ja, ich lese sie jetzt gerade vor. Ja, lese gerne vor. Äh, ich muss sie nur suchen. Aber mach schon mal weiter, während ich die Dinger finde. Na, wir... Wir können gerne die nächste Frage uns überlegen. Das dauert ja eh immer. Das ist... Die nächste Frage ist ne Geholstein. Warte mal kurz bevor du die nächste Frage machst, Andi. Ja. Äh... Watchbody Abstimmung gehen jetzt. Watchbody geht. Ja, ich... Die... Benachrichtigung ist raus. Hab ich eben auch gesehen. Nein. Also... Das hat man letztes Mal auch schon. Ach so. Entschuldigung. Silvana, Sarafina, Kalanta, Lavinia, Sarah Jane, Estefania, Loredana, Patrick und Sascha. Ich denke, das wären... Das sind Zwillinge wahrscheinlich dann. Äh, Jessica und Jeremy Pascal. Geil. Geil. Ja. Und Andreas. Alles klar. Na gut. Soviel dazu. Ganz toll, Leute. Vielen Dank, dass immer noch 4% für mich gestimmt haben, dass ich heute Abend gewinne. Mhm. Nicht schlecht. Drei nur noch. Aber... Drei. Hat gerade einer zurückgezogen. Ja, ne. Aber wenn mehr Stimmen an die anderen geben, wird ja mein Ziel. Ja, ich weiß. Aber ich wollte einen schlechten Witz machen. Ach so. Kriegst 50 Euro beim nächsten Mal nach, wenn ich einen schlechten Witz mache. Ne, lieber nicht. Das zieht zurück. Cool. Weil das geht ruckzuck bei mir. Ja. 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 Okay. Äh, wir sind bei Frage 4 eben gewesen. Wir haben schon zwei, die raus sind. Äh, das wird ein spannender Abend. Wir kommen zur Frage Nummer 5. Und Frage 5 ist wieder eine Frage, die sich, äh, die von und mit Gerolsteiner hier heute Abend gestellt wird. Und wir haben ja eben schon gelernt, so, ne, Kohlensäure, die ist da im Wasser drin. Und die, die ist da auch schon drin. Aber die wird da wieder rausgenommen. Die kommt da wieder rein. Das sind 7 Gramm bei Sprudel. Jetzt, aber es ist ja auch noch interessant, also wenn die, wenn das Wasser mal da ist, so, dann muss das ja auch in die Flaschen. Ne? Ja. Das Wasser muss ja in die Flaschen, so. Und die Flaschen, das ist ja mehr weg. Das heißt, die kommen ja wieder zurück. So, aber die kannst du jetzt ja nicht einfach so benutzen. Sondern die musst du ja erstmal sauber machen. Wer weiß, was die Leute damit gemacht haben. Echt, die werden sauber gemacht? Krass. Ja. Die werden sauber gemacht. Ja, also nur Wasser reinfüllen reicht nicht. So. Und dafür gibt es eine Maschine. Also da sitzt keiner irgendwie, der macht das händisch, sondern dafür gibt es eine Maschine. Das dachte ich mir schon. Und dazu, darüber geht die nächste Frage. Und sehr interessant. Okay. Wie viele Flaschen schafft diese Saubermachmaschine? Genau. Die Saubermachmaschine. In einer Stunde. Dusche heißt das. Wie viele Glasflaschen reinigt die Flaschenreinigungsmaschine von Geroldsteiner pro Stunde? Ist das? Aber Peter, bevor du tippst, ja? Ja. Ich sag dir gleich eine Zahl. Einfach nur so vorher. Oder kannst du überlegen, was du damit machst? Ich möchte kurz anmerken. 140.000. Okay. Danke. Oh, das ist psychologisch aber ganz schön frech. Das ist genauso, als wenn ich sage, komm ihr schneidet einfach mal so groß wie ihr wollt, schneidet mal ein Stück Holz ab. Man meint, wie viele so groß sind. Aber ich möchte kurz festhalten, wie kann ich dir mehr Prozent haben, ein Ding zu holen als Peter, Leute? Was stimmt damit euch nicht? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass Christian das nur gewinnt. Das geht ja gar nicht. Jay hat das letzte Mal gewonnen. Das reicht. Okay. Also Peter, wenn du 144.000 nimmst, dann nehme ich irgendwie... Brandtipp E 42.069. Oh, nice Jay. Wie groß ist so ne Anlage? Ich würde 69.420 check. Okay, dann sind es halt 69.420. Handelt es sich dabei um eine richtige Maschine oder ist es der Azubi, der nur als Maschine bezeichnet. Das ist ein sehr muskulöser Azubi. Ich habe eine Frage. Ist das eine Maschine oder sind das mehrere Maschinen nebeneinander, die bei denen die Reinigung machen und die Reinigungsstraße verarbeitet, so viele Flaschen pro Stunde? Das ist ne gute Frage, aber da das Singular ist, auch in dem Infomaterial würde ich sagen, das ist eine Maschine. Okay. Ich komme gleich wieder, ich gehe mal kurz das Klo im weißen Haus aufsuchen. Auf welches denn? Machen wir ein Foto. Geräusche einer wegbringen. Nee, mach kein Foto, bitte nicht. Oh nein. Okay. Scheiße, nicht alle Schätzungen nicht. Glasflaschen in einer Stunde. Okay. Wie wird da wohl gemacht, ist die Frage. Das ist die gute Frage, Bram, das ist sehr relevant. Wenn du das weißt, dann kennst du die Antwort wahrscheinlich. Dann kommt hier das Ding zum Saubermachen und das geht da rein und wieder raus. Nee, das könnte aber auch ganz anders laufen. Also für mich, weil mein erster Gedanke ist, die kommen falsch rum, irgendwo rein und von unten schießt quasi einfach... Du meinst so? Ja, aber von unten schießt kein Gerät da rein, sondern einfach nur so eine heiße Reinigungsflüssigkeit wird nach oben geschossen. Nur reinspritzen? Ja. Wir haben gleich so ein Video vorbereitet, wo man das mal sehen kann. Und dann fahren die so durch und dann passen da vielleicht so 30.000 oder so rein. Ja. Also ich glaube, wir brauchen kein Video mehr. Das können wir uns jetzt alle sehr bildlich vorstellen. Ja, also dementsprechend so. Also wenn hier die Flasche ist dann, wird das benäst von unten. Nee, Bram, so macht das. Ja, oder so. Aber das sind jetzt nur die Fragen, die man sich ja stellt. Und deswegen sage ich das hier. 140.000. Okay. Wir haben alle Schätzungen. Ja. Von allen, die noch drin sind. Der erste Hinweis. Was? Achso, nee, Quatsch. Wir müssen erst mal zeigen. Ähm. Nicht erster Hinweis. Das sind die Schätzungen. Und ihr dürft jetzt natürlich erst mal setzen. Was? Ja. Ich call. Okay. Perfekt. Ja, komm. Ja, komm. Wie immer die erste Setzung. Jetzt kommt der erste Hinweis. Die Durchlaufzeit pro Flasche beträgt 15 bis 20 Minuten. Das ist ja belastend. Okay. Das sind nur drei Flaschen in der Minute. In der Stunde. Ja, aber das wird so sein, wie du sagst. Glaube ich. Paletten. Ja, aber was heißt denn die Durchlaufzeit? Von da, wo die aufs Band kommt, bis die ist sauber und geht genau, oder? In der Reihenmaschine? Wahrscheinlich, ja. Da sind ja tausende Flaschen in der Maschine gerade am Abgehen. Von außen werden die erst gereinigt, dann von innen, dann wird der Deckel abgedreht und Etikett wieder abgesprengt und dann passiert alles ja gleichzeitig auf dem Weg zur Freiheit. Peter, du hast gerade so wenig Money. Ich möchte nicht, dass du rausfliegst. Ich checke. Ich checke auch. Ich bin dafür, Peter. Das wäre jetzt schon kacke. Ich würde Peter da auch noch eine Runde sehen sonst. Du bist so ein Arsch. Hä, warum? Warte mal. Ich setz mal 2-0. Hä? Ich checke. Peter geht raus. Wie, Peter geht raus? Ja. Hä? Ich kann nicht checken. Der hat gesetzt, der Bram. Ja, ich hab gesetzt. Der hat der Bram nicht gesetzt. Ich dachte, Bram wäre auch so ein Ehrenmann. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Was heißt hier das Gegenteil? Wow. Hat der nicht gerade gesagt? Vielleicht hättest du ja ein richtig gutes Ergebnis gehabt. Ja, das ist die brammische Wahrheit. Ach so. Wie die brammische? Ich hab nie gesagt, dass ich dich nicht rausschmeißen werde. Ich hab nur gesagt, dass ich dich will, dass du rausfliegst. Du hast legit vor 2 Minuten gesagt, du hast so wenig Geld, ich will nicht, dass du rausfliegst. Ja, wirklich. Ja, genau. Aber das heißt nicht, dass ich dich gewinnen lasse. Nein. Das ist klar. Das impliziert das ja nicht. Aber du musst mir trotzdem ein bisschen auf den Internet rausgehen. Dann kannst du ja immer selber. Du musst ihn blocken. Ich wollte dir eigentlich gerade dadurch die Möglichkeit geben, maximal viel Geld zu holen. Ich glaube, du hast die beste Antwort. Ja, okay. Ja, aber das weiß der ja noch nicht, weil mit dieser Antwort kann ja nichts anfangen. Doch, der ist 3 getippt. Die durchaus 3 pro Flasche sind 15 bis 20 Minuten. Ja, ich hab 3 getippt. Okay, wie viele Maschinen haben die davon da stehen? Holy Shit. So. Haben wir das auch geklärt. Im Pot sind aktuell 7000. Peter ist rausgegangen, Bram und Sepp sind noch drin und ihr bekommt den zweiten Hinweis von mir. Der lautet, es werden pro Stunde mehr Flaschen gereinigt, als man als durchschnittlicher Deutscher oder als durchschnittliche Deutsche für den gesamten Wasserverbrauch pro Jahr benötigt. Also wenn ihr Geräuschsteine für alles benutzt, so zum Duschen und zum Spülen. Jetzt? Also, ne? Ich verunsichere mich total. Der erste Tipp gibt mir den Hinweis, dass ich viel zu hoch bin und das gibt mir jetzt den anderen Hinweis. Zum Glück bist du raus. Peter, wärst du... Zum Glück bist du raus. Okay, Peter ist falsch gewesen oder was? Ich checke. Ja, jetzt brauche ich ja nicht mehr erhöhen, ne? Jetzt checke ich auch. Ah, fuck you! Okay. Ich glaube, ich bin viel zu wenig. Denk dran, ich decke jetzt die Antwort aus. Ich weiß auch nicht, was bei Wasserverbrauch alles eingerechnet ist, das was du auch trinkst oder... Wie viel Liter verbraucht denn so ein Mensch in Deutschland im Jahr? Keine Ahnung. 8.000, 9.000 Liter? Ne, das ist wahrscheinlich zu wenig. 80.000? 100.000? 140.000 wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, Bram, du wusstest es von Anfang an. 145.000? Die richtige Antwort lautet... Pro Stunde schafft die Flaschenreinigungsmaschine von Gerold Steiner 63.000 Glasflaschen. Und... Bram, du warst mit 144 gar nicht so weit weg. Ja. Na ja. Herr Peter, also ich bin so weit weg, ich sage jetzt einfach mal, ich wollte dir einfach nur, ich ziehe jetzt wieder zu dem Argument, ich wollte dir maximal Verdienstmöglichkeit geben. Peter, wie viel hat's denn so? Sag ich dir erst nachher. Okay. Herr Bram, ich sage mal so, von mir aus ist das cool, wenn wir beide checken und wir lassen Peter nur eine Runde mitspielen. Hä, ich bin eh schon raus. Peter ist doch eh, ich spiele nur eine Runde mit. Ja, aber dann geht das schnell hier, dann müssen wir dich wieder setzen. Oh, ich checke. Hä? Peter, die wollen dich einfach nur später ausnehmen, weil wenn die jetzt gegenseitig ihr Geld nicht gegenseitig wegmachen, dann können die ja nur eins nehmen. Ich finde auch, ihr könnt mal ruhig richtig spielen. Ja, wir spielen doch richtig, was willst du denn jetzt, Peter? Ich bin so, ich check auch, tut mir leid, ich bin so weit weg, Peter. Ich bin auch so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. So, ja, Mensch, ich bin so nah dran, Bram, du hast gar keine Chance gegen mich. Ich bin nicht mal in dem 1% dran. Doch, ne, bin ich nicht. Doch, bin ich doch ganz knapp. Ich auch ganz knapp. Ich glaube, Bram und dich haben vielleicht so dasselbe. Okay. Der Letzte, der geraced hat, war Brammen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, Brammen wird zuerst aufgedeckt und Sepp darf dann sagen, ob er auch aufgedeckt werden möchte. Denn Bram schätzt 1.800. Peter, wie viel hast du denn? 8.000, noch was. Da war mit Hetze. Ich bleib bei dem Argument, ich wollte Peter maximal boosten, aber der wollte nicht mitspielen. Sepp soll ich aufdecken? Sepp soll ich aufdecken? Ich habe wirklich gedacht, ich wäre zu niedrig, aber ich bin ja maximal zu niedrig. Also, du kannst gerne aufdecken, ja. 720. Du hast ja noch weniger als ich. Ich habe gesagt, wir haben 3600 Sekunden, nimmst du die Hälfte. Alle zwei Sekunden eine. Ich kenne nur aus so Fernsehbildern diese Reinigungsanlagen, wo quasi in einer Sekunde so zwei, drei Flaschen irgendwie so durchlaufen. Und dachte ich, er hat sich weiterentwickelt, das Ganze, seit ich die Maus gefuckt habe. Alles versucht, um dich maximal zu pushen. Ja. 63.000 Flaschen. Das nächste Mal bleibe ich drin. Der Wasserverbrauch... Da passt so cool, schreibt er an Brammi. Ich wollte, dass er das maximal rausholen kann. Ja, ich finde das auch gut, Bram, dass du mich jetzt hier nicht plattgemacht hast. Oh Mann, ey. Covid-Bram besser, Bram. 63.000 Glasflaschen schafft die Maschine. Der Wasserverbrauch pro Kopf in Deutschland liegt bei 46.500 Liter im Jahr. Krass. Und die Maschine, wir haben ja eben über Glasflaschen gesprochen, PET-Flaschen sind es 42.000. Hätte ich meine 69.420 getippt, das wäre ja voll gut gewesen. Ja. Bestimmt voll das geile Gerät. Ja. Also, da habt ihr auch wieder was dazugelernt. Ja. Davor gibt es natürlich, bevor es da gesäubert wird, gibt es dann noch die Leergutannahme, Palettenprüfstation, Kastenkontrolle. Abschrauber finde ich sehr schön. Das ist eine Maschine, die einfach nur den Deckel abschraubt. Die heißt Abschrauber. Hm. Wäre ja auch doof, wenn die Flascher halt einen Deckel da drauf hatten und dann geeinigt wird. Ja, und dann meinst du, wenn da echte Menschen stehen würden, das wäre crazy. Und Fremdstofferkennung. Das heißt, wenn ihr irgendwas da reinpackt in die Flasche und die dann zum, ne, wieder zurückschickt, dann wird das da rausgenommen. Echt? Es gibt eine Fremdstoff. Ach krass. Ja. Weil vor Jahren habe ich meine ich mal irgendwo gelernt, dass wenn du auf einer Party bist und den ganzen Dreck, den du irgendwie so hast, keine Ahnung, ne, irgendwie ein bisschen Müll kippen und so, dass man das nicht in die Flaschen tun soll. Nicht nur damit da irgendwer nicht draus trinkt, sondern weil das auch noch kacke zu reinigen ist. Naja, also reintun soll man wahrscheinlich sowieso vermeiden, aber zumindest bei Gehrerkscheine haben so ne Maschine, die das verhindert, dass das da runter passt. Ich hab mich ja, Alter, ich hab mich ultra verrechnet, ich bin so dumm. Ah. 63.000 hätte ich aber auch getippt. Das war doch gut. 69.000 waren nur das. 21.000 hättest du machen können, der hat's mitgewonnen. Ja. Ich war so dumm. Und dann kannst du das jetzt bei Frage Nummer 6 beweisen und die lautet so. Wie viele Restaurants in Deutschland werden aktuell mit drei Sternen vom Guide Michelin bewertet? Wie viele? In Deutschland. Wie viele? Ja, Peter, ich sag's dir wie das ist, du wirst jetzt zweimal den Blind bekommen. Ja. Ich weiß das nicht. Ja. Würde ich jetzt auch sagen, Peter. Wenn wir das so immer sehen, bitte. Ich hab echt schnell eingeloggt für meine Verhältnisse. Okay, aber Peter hat das schon mal erzählt in einem Podcast, glaube ich. Ich meine auch, dass ich das schon mal erzählt hab. Aber das hat sich auch mal wieder geändert. Das heißt auch nicht den genauen aktuellen Stand. Wann das denn? Aber haben wir nicht, warte, warte, haben wir nicht generell... Wir haben doch im Podcast, das war doch bestimmt nachdem wir essen waren. Haben wir da nicht darüber geredet, wie viele es insgesamt gibt und nicht nur drei? Nee, ich hab auch schon über drei Sterne erzählt. Okay. Echt, das war... Wie kriegt man überhaupt drei Michelin-Sterne? Oh, das ist nicht so leicht. Ja, aber du weißt doch, Jay, du weißt doch, wer von uns der geheime Git-Michelein-Mitarbeiter ist. Das heißt, wenn Peter einmal bei dir essen kommt und sich in seinem Notizbüchchen einen aufschreibt... Guck mal, du hast schon mal einen. Jetzt könnt ihr mich übergeben, Peter. All in. Da geht er all in, der Peter. Er kann aber zeigen, wie er mich fressen wollte. Ich geb euch einen Tipp, Zwolle hat einen. Okay, komm. Ja, genau. Das ist doch 10 Euro. Das finde ich gut. Und du weißt das auf der Drister Rohr genau. Ja, natürlich, Bram. Die Frage ist, Peter, in wie vielen warst du schon? Du hast einstellig? Ja. Schon scheiße. Es ist nicht weit weg von einstellig, glaube ich. Also, es ist um die 10er-Marke rum. Würde ich sagen. Okay, komm, dann spiele ich dann. Bram called, 2900 hier war ins Gesetz. Hast du deine Chance, jetzt bei mir die Kohle zu kriegen? Ich bin auch so nah an 10en wie möglich. Ich kann euch sagen, Knossos hat keins. Ist nicht 3 Sterne mischen, oder? Ach so, jetzt musst du tanzen. Jetzt wird wieder der Tisch hochgefahren, glaube ich, oder? Oder warst du einfach so? Können eigentlich auch Eisdielen ausgezeichnet werden? Also, wollt ihr nicht mal Alpago vorschlagen? Alpago hat 4 Sterne. Der ist noch besser. 4 Sterne. Oh, hoppala. Entschuldigung. Erstmal ging das Mikro vorgehauen. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt nur noch 2 Leute drin, davon ist eine All-in. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal durchrushen und die Hinweise nacheinander aufdecken. Der erste lautet, in der neuesten Ausgabe bekam ein neues Restaurant die begehrten 3 Sterne. Ja gut, halt eins mehr als vorher. Richtig. Der zweite Hinweis. Es gibt keine 3 Sterne-Restaurants in München, Frankfurt und Köln. Das wusste ich, Peter hat immer erzählt, dass niemand hinter Hoforten sind. Nein, Berlin hat seit kurzem eins, seit ein oder zwei Jahren oder so. München hat das Atelier. Ja, weil zu München hätte ich gesagt, passt das irgendwie nicht, weil da liest man lieber ein bisschen geile Haxe mit Knüddels oder so. Und Frankfurt und Köln. München ist schon schick. München hat das Atelier von Jan Hartwig. Bist du dir sicher, dass der immer noch 3 Sterne hat? 2018, das ist der letzte. Nein, es gab jetzt kürzlich neun. Ah ja, okay. Der kommt doch jedes Jahr. Der Atelier hat nur zwei, schreibt Commander Cookie. Ah ja, okay, dann ist das neu. Dann bin ich hier auf den falschen. Das ist sehr schön, wenn man sich die Liste anguckt. Es gibt wirklich, also da gibt es keine, aber in irgendwelchen, es gibt in einem Caf in Deutschland gibt es zwei, drei Sterne-Restaurants. Ja, das ist aber im Schwarzwald bestimmt. Das ist in Gießen. Nein, das ist nicht Knosshaus. Deswegen gibt es da auch eins davon Traube Thonbach, Andi. Bayersbräuch oder so heißt das Ding. In Kulmbach? Liebe Schwabener, liebe Badener, im Herbst komm ich wieder an. Ich hab gefragt, ob eins davon Traube Thonbach ist. Achso. Ich hab die Liste leider nicht vor mir. Ja, Tables weiß ich. Aber Peter können die aufzählen, hast du ja schon gemerkt. Wir können mal gerade schauen. Alter, Tokio hat hier nach meiner Quelle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Stück alleine, du Tokio. Ja. Wenn wir dann da sind, geht ab. Also, drei Sterne in Deutschland. Erstmal Cookies zustimmen, danke. Haben neu Peaceport, Schanzrestaurant. Also Peaceport ist der Ort. Ja. Dann zwei in Bayersbronn, Restaurant Ba-Eis und die Schwarzwaldstube. Achso, dann ist Traube Thonbach. In Berlin gibt's Rutz. Ja. In Dreifetz das Waldhotel Sonora. In Hamburg gibt's The Table Kevin Fehling. In Perl gibt's Viktors Fine Dining bei Christian Bau. In Rottach-Egern gibt's das Restaurant Überfahrt Christian Jöns. Ich hab jetzt gar nicht mitgezählt. Ich hätte ja die Antwort schon gewusst. Und in Wolfsburg das Aqua. Das sind alle? Das sind alle. Jetzt auf Wolfsburg. Und das sind elf, neun. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber ich dachte, das wäre ein mehr geworden und nicht weniger. Ich bin da zufrieden. Da einer mehr wurde ja auch, Peter. Lalalalalala. Aber jetzt sind auch welche weggegangen. Scheiße. Ich glaub ich hab verloren. Ich bin sehr zufrieden. Als ob Bram jetzt gewonnen hat. Gefassbar. Peter ist all in. Das heißt, Peter muss... Wieso hast du noch kein Drei-Sterne-Restaurant? Was ist das denn? Stream läuft wieder. Oh, okay. Wir laufen. Sorry. Einmal F5, Leute. Ups, nicht F-Prozent. F5. Warten wir kurz einmal. Dass ihr alle wieder da seid. Sehr schön. Stream offline. Nein, nein. Für diejenigen, die uns noch sehen oder wiedersehen, schreibt einfach mal bitte gerne F5 in den Chat, damit das alle mitbekommen. Dass man hier einmal neu laden kann. Werbung. Sehr gut. Wollen wir was haben. Und das war der Trick. Kriegen alle nochmal Werbung. Ja. Mega smart. Ja. Da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir gehen über. Sorry, dass es eben ausgefallen ist. Wir sind wieder da. Und wir decken jetzt einmal auf. Also, die wichtige Antwort sind neun. Nein, Peter hat all in gesetzt. Das heißt, er muss aufdenken. Auf jeden Fall. Peter sagt elf. Und Brammen sagt. Eine einstellige Zahl, Peter. Ja, der neun hat. Ich hab dir ja auch gesagt, es ist um die Zehn drum. Es sind zwei Differenz bei Peter. Und es sind zwei Differenz bei Brammen, weil er sagt sieben. Das heißt, es gibt Splitport. Ich hatte auch sieben. Ja, das sehr schöne ist, ihr hättet alle drei gewonnen. Geil. Weil ihr alle genau gleich weit weg seid. Ja, ist doch jetzt gut, Alter. Jetzt müssen wir nicht alle sein. Das Stream ist down. Das ist doch okay. Diesen hat zwei, die im Guide Michelin sind. Aber nicht mit Sternen, oder? Ja, natürlich nicht. Was? Denkst du denn? Ich muss ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Webseite vom Guy Michelin ein bisschen ankreiden. Man kann nicht sortieren, nach wie viel Sternen es denn gibt. Doch. Kannst du. Und ja, äh, du kannst... Ne, wo war das? Das ist gerade rausgesucht. Der zeigt mir jetzt alle Restaurants. Auszeichnung. Auszeichnung. Kann ich sagen. Drei Sterne. Es gibt zwei Sterne. Gibt in Düsseldorf kein Zwei-Sterne-Restaurant? Was ist das denn? Das kann sehr gut sein. Düsseldorf? Oder was? Düsseldorf. Gibt's nicht. Boah, Peter. Haben wir uns die Kohle von Sepp geteilt. Aber Peter, eine Frage hätte ich an dich, weil vielleicht weißt du das. Ähm, was ist denn der Bib Gourmand? Der Bib Gourmand? Gibt der Punkte? Weiß nicht. Ist das der, der bis zu 20 Punkte gibt? Weil, weil du kannst unterscheiden zwischen Michelin, Stern und Bib Gourmand. Ach so. Ne, das ist dann nochmal wieder was anderes. Weiß ich aber nicht. Schmeckt das nicht in beiden Restaurants? Einfach geil. Nein. Also es gibt ja den Guide Michelin, der verteilt die Sterne und es gibt die Hauben, die sind von äh… Das ist Österreich. Ja, wie heißen die nochmal? Weiß ich nicht. Pirelli. Äh, hallo? Peter. Chat, wie heißen die? Die Hauben vergeben. Da gibt's 20. Ist ja nur Österreich. Ach so. Ne, die gibt's auch in Deutschland. Ach so. Ja, aber die sind ja nicht so. Ist deine Hochzeitslocation im Guide Michelin drin, Peter? Nein. Ist dein Koch da drin? Wisst ihr das alle nicht? Was ist das? Goumilleau. Goumilleau, genau. Goumilleau, der gibt bis zu 20 Punkte. Ja. Ja. Goumilleau. Das ist perfekt. Ja. Das war ja viel Trambram um gar nix. Ja, dafür haben wir Tramsee, muss ich sagen. Unser Chip-Leader Bram mit 30.000. Peter hat 3.000. Tage, Sepp. Ich bedanke mich für deine kleine Spende. Bitte für die 100. Sehr schön aufgeteilt. Untereinander. Klar. Das war Frage 6. Zwei sind schon raus. Jay und Christian. Es sieht ganz danach aus. Ne, äh. Ja, doch. Sepp ist ja immer noch dabei. Ähm. Es sieht ganz danach aus, dass wir heute zwei Runden spielen. Ich bin gespannt. Das war Frage 6. Wir kommen zu Frage 7. Und, äh, das ist wieder eine Gerolsteiner-Frage. Ähm, jetzt haben wir ja gelernt, so wie das Wasser so, äh, ja, mit der Kohlensäure, wie das funktioniert, so wenn man das da rausholt und abfüllt. Und wie man die Flaschen sauber macht, das wissen wir jetzt auch. Aber es muss ja noch getrunken werden. Ne? Ja. Also so. Wie viel trinken die Deutschen im Jahr? Ja. Ey, wie viel verkauft... Wie viel Mineralwasser trinkt jeder Bundesbürger oder jede Bundesbürgerin durchschnittlich pro Jahr in Deutschland? Mineralwasser. Richtig rechnen. Bezeichnet man naturelles Wasser auch als Mineralwasser? Ich glaube ja. Es geht um Mineralwasser. Mineralstoffe. Da sind ja Mineralien drin und das ist Mineralwasser. In Litern natürlich, die Einheit. Ich kenne Menschen, die sich fast auch schließlich von Kaffee ernähren. Das geht ja gar nicht. Peter, tausend Mineralwasser drin. Dankeschön. Dankeschön Chat, dass ihr mich anfeuert. Wer gewinnt den nächsten Spot? Jay. Haben Leute drauf gewettet. Richtig gut. Toll. Warum bin ich ein Idiot? Ja, jetzt kann man vielleicht mal bei sich selber so ein bisschen überlegen, wie viel Mineralwasser trinkt man denn? Wie definiert sich denn Mineralwasser? Tja. Wasser, den du mit Kohlensäure oder in Flaschen abgefüllt hast. Ne, mit Kohlensäure. Von einer Marke. Kohlensäure. Entschuldigung, von einer Marke. Ich glaube, das würde sich dann Mineralwasser nennen. Ne, das ist ja Käse, Jay. Moment, aber wenn du auch, wenn ich stilles Wasser trinke, dann ist es doch auch Mineralwasser. Ja, genau. Ja. Meint Christian. Du hast gerade das andere erzählt. Nein, ich habe das mit dem Kohlensäure falsch gesagt. Das meinte ich. Hör nicht auf Jay, Peter. Hör auf deinen Bauch. Peter, ich sag 140.000 einfach mal. Wenn du Kohlensäure schrinkst, dann ist das nicht Mineralwasser, glaube ich. Peter 1.600. Und Peter geht all in. Hat der Chat gesagt, soll ich machen? Geht die direkt all in? Was ist los mit ihm? Ich habe nur 3.000. Du hast 17.000. Ja gut, das ist auch mal eine Frage, wo Peter nicht direkt die Antwort weiß. Ja, ich bin auf jeden Fall dumm. Deswegen folde ich auch, weil die 1.600, ich weiß auch nicht, wie ich da genau drauf gekommen bin. Aber ganz ehrlich. 1.600? Wer soll denn so viel trinken? Ja, das weiß ich auch nicht. Ey, Bram. Bleib da mal drin, ey. Gönn mal Peter ein bisschen Geld. Okay, das heißt, da Peter all in ist und Sepp jetzt nur noch der Einzige ist, der drin ist, werden wir diese Frage auch jetzt abkürzen. Und ich gebe euch den ersten Hinweis. Mineralwasser ist das beliebteste alkoholfreie Getränk der Deutschen. Verständlich. Das ist ja auch gut so. Wenn man ungefähr weiß, wie viel Bier man trinkt, dann kann man vielleicht so ein bisschen abschätzen. Und wenn man es nicht weiß, dann weiß man es spätestens beim zweiten Hinweis. Der Pro-Kopf-Konsum von Bier in Deutschland lag im Jahr 2020 bei rund 92 Litern. Da war auch schon Corona. Kann man auch dazu sagen. Peter so, äh, ich glaube, das habe ich im Monat. Nee, meine Zahl wirkt jetzt nur viel höher als vorher noch. Die richtige Antwort lautet... Sehr gespannt, was Peter getippt hat. 137 Liter. Da macht beide dumme Augen was da. Warte mal. Ich dachte 2 Liter pro Tag. Ich dachte auch 2 Liter pro Tag. Ja, aber das trinkt doch im Zweifel Tee oder Kaffee oder sonst was. Aber 2 Liter Kaffee. Eigentlich soll man ja 2,5 Liter pro Tag trinken. Wie viel Liter Kaffee sollst du am Tag, wenn ein... Ja, eine Tasse, das sind 300 Milliliter. Ja, genau. Von 2,5 Liter ist das... Nix. Ich sollte Peter nicht einmal gezahlt sein und einfach einen mehr tippen. Ohne drüber nachzudenken, was das Ergebnis ist. Das ist aber echt wenig. Also Peter, ich kann dir auch sagen, ich bin nicht so nah dran. Ich bin super weit weg. Heißt das, dass der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland gar nicht mal so gesund ist? Das könnte vielleicht sein. Also ich würde mir sagen... Ich bin auch, dass man nicht so viele Köpfe konsumieren sollte. Wenn man alles, wenn man den gesamten Wasserhaushalt durch Mineralwasser deckt... Dann hat er gerade wieder 50 Euro, habe ich das richtig gehört? Naja... Hast du auch als Quelle Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. Das ist ja nicht, das ist das Schöne. Schade. Wir legen auf. Aber safe trink ich persönlich mehr als 137 Liter Mineralwasser im Jahr. Oh, am Tag. Schauen wir mal, wie viel Peter im Jahr trinkt. Einmal stellt sich morgens und die Hutsche dreht auf. Peter trinkt im Jahr. Zumindest sagt er das von sich selbst oder über andere. 691 Liter Mineralwasser. Sepp sagt 717. Damit ist Peter trotz eklatant falscher Schätzung mehr dran. Und er bleibt uns an dem Tisch erhalten. Dass ihr so viel genommen habt, finde ich krass. Ich habe schon weniger als 2 Liter pro Tag gedacht. Ja, gehst du ein bisschen runter. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel weniger ist. Ja. 6200. Auf das Konto von Peter. Der gesamte Post. Damit bleibt Peter uns erhalten. Sehr schön. Ihr habt mir gesagt, ich soll all in gehen. Und es hat gereicht. Funktioniert. Mach mal fertig jetzt. Ich will wieder mitspielen. Ja, ich geh doch schon all in. Ich geh jetzt mal kurz aufs Kühlchen. Das war eine schöne Runde. Ich fand dann auch gut. Peter, ich wünsche dir viel Erfolg. Peter ist jetzt wieder mehr. Ich habe 200 Barriere gesteuert. Alles ist gut. Auch. Wir erhöhen jetzt dementsprechend die Blinds. Auf 6000. Ja. 12.000. Der Small Blind ist jetzt 500. Und der Big Blind ist jetzt 1000. Vorher hatten wir 200. 400. Jetzt 500. 1000. Chat, ich kann euch jetzt lesen. Gerade hat einer geschrieben, wie Peter guckt in den Chat. Das ist zwischen den Runden, wo wir den Chat lesen können. Jeder guckt in den Chat? Deswegen steht da auch bitte keine Schätzungen in den Chat-Post. Weil sonst, das wäre ja ein bisschen unfair. Falls hier irgendwas nicht aufgedeckt wird. Nur so viel dazu. Ich hätte die Runde gewonnen. Ich hätte 700.000 Points durch dich gemacht, Peter. Ja, geilo. Ich geh wieder an. Das heißt ja, alleine auf dich gesetzt oder so. Ja, okay. Ich würde sagen, alle relevanten noch Personen, die drin sind, sind anwesend. Deswegen machen wir direkt weiter mit Frage Nr. 8. Ähm. Und die lautet folgendermaßen. Sorry, Raffi. Die lautet folgendermaßen. Wie viele Menschen lebten am 31. Dezember 2020 mehr in Berlin als noch am 1. Januar 2020? Also sozusagen das Delta, um in der Mathematik zu bleiben. Ja. Ein schwieriges Jahr. Ja. Das ist ein bisschen unfair, dass man jetzt hier zwei Berliner hat gegen einen Kölner. Ja. Weißt du, wer denn auf die Zahl genau wüsste? Domi. Der setzt sich mit so einem Scheiß auseinander. Der kennt auch jede Straße und die Geschichte dahinter. Boah, da kann ja viele Straßen in Berlin, Alter. Da wurde schon mal eine Ratte plattgetreten und da ist der andere Rattenbau. Okay. Eigentlich dachte ich... Jetzt die Frage. Wie viele Leute sind in dem Jahr dazugezogen, gestorben, weggezogen, weggeweht. Gab es eine Neuaufteilung der Grenzen vielleicht sogar in dem Jahr? So richtig, richtig räudig so... Ja möglich. Möckelheim gehört jetzt zu Brandenburg oder so. Potsdam ist dazugekommen. Wären ja nicht viele. Da wird Günther ja auch was gegen sagen, dass Potsdam integriert wird. Oder ist denn eine Fangfrage 3? Das Minus musst du jetzt eingeben. Kann man das Minus eingeben? Ne, also hier ist ja eine Frage konkret gefragt nach mehr. Also es wird schon... Es werden mehr sein. Es wird ein Plus sein. Okay, wie viele Menschen lebt wohl mehr nach einem Jahr? Ja, hier hin. Ach ja. An einem Tag, Bram, ne? Nein. Berlin breitet sich aus über Deutschland wie ein Geschwür. Wie so an einem Tag? Da frag ich mich auch, was Zepter mit einem Tag will. Hä, von einem auf den anderen Tag. Hä? Und was? Du fängst am 1. Januar an? Ah, ich dachte vom 31. September 2020 zu 1. Januar 2021. Hast du schon vielleicht eingeloggt und hast dir gedacht, wie viele sind das an einem Tag? Das wäre natürlich jetzt frei. Wie viele sind an Silvester gestorben beim Saufen? Wie viele wohnen denn gerade in Berlin? Vier Minus oder so, oder? Vier? Ne, vier haben wir doch noch nicht. Haben wir noch nicht vier? Ich meine nicht. Okay, dann nehme ich vier. Als ob die jährlich zählen würden. Ich hatte jetzt Zensus in Nordrhein-Westfalen, wo ich meine Immobilie angeben musste. Aber nicht wie Boris Becker, ne? Nicht, dass du in den Knast kommst. Ja, weil Immobilie wieder vergisst. Ach Quatsch. Sepp musstest du doch bestimmt auch, oder? Äh... Zensus hoch? Beim Zensus wird ja nicht jeder gefragt. Ne, ich glaube, das hat dein Haus noch gar nicht beim Zensus gemeldet. Wenn du die Wohnung neu hast, dann wird halt eine Erhebung zu deinem Ding gemacht. Aber wenn man keine Baugenehmigung hat, sollte man sich da doch gar nicht erst melden beim Zensus, oder? So. Der Zensus meldet sich bei dir. Wir haben alle Schätzungen und Brammen beginnt. Der Weg bleibt sein tausend. Das heißt, entweder tausend mitgehen oder raus. Peter geht all in. Und Sepp hat jetzt die Wahl. Mitgehen oder raus. Also ich hätte mir zumindest den ersten Tipp gerne mit weniger als 6000 gewünscht. Hallo, jetzt weint mal nicht so rum. 6000 ist doch easy snack. Okay, pass auf, ja? Ich habe 1% geschätzt. Zuwachs. Okay. Von der Zahl, wo ich dachte, wie viele in Berlin wohnen. Hast du mehr oder weniger als ich? Peter. Oha. Okay. Dann... Du wirst jetzt einfach jede Runde all in gehen. Das ist jetzt die Frage. Peter hat vielleicht mehr oder weniger. Ja, weißt du, komm, ich habe so viel Money und wenn ich verliere, dann kannst du mit Sepp die Köpfe einschlagen. Ich call dat. Du kannst nur mal aufstehen. Ja, Peter. Ja, Peter. Wir tun uns auch mit deinem Bauch zufrieden, aber du kannst gerne mit dem Tisch rumfahren. Jedes Mal. Bis die Technik abschmiert. Da freue ich mich schon drauf. Bleibt ja gerne. Bleibt der Tisch da oben. Man muss halt in der Zeit jetzt stehen. Dann sieht man nur noch die Betonlocke. Okay, also Peter ist all in, Bram ist mitgegangen. Das heißt auch jetzt wieder, da Sepp rausgegangen ist, werden wir diese Frage einmal alle Hinweise durchgehen. Denn es wird sich eh nichts mehr ändern. Der erste Hinweis wäre gewesen, die gesuchte Anzahl an Menschen würde problemlos ins Berliner Olympiastadion passen. Wie viel passen da rein? 80.000? Nee, also 80.000 passt in Dortmund rein. 80.000 passt, aber Berliner Olympiastadion ist richtig groß. Also ich hätte jetzt so spontan, ohne dass ich irgendwas weiß, hätte ich jetzt so 55.000 getippt. Ja, wobei, aber du kannst ja auch wissen, wenn es 3 sind, passen die ja auch ohne Probleme ins Berliner Olympiastadion. Ja, das stimmt. Ich sag 55.000. Okay. In das Olympiastadion? Würde ich tippen. Vielleicht hilft euch der zweite Hinweis in euren Schätzungen. Die gesuchte Anzahl an Menschen würde problemlos ins Stadion des SC Borsigwalde 1910 im Sportplatz Günther-Jäger-Anlage passen. Es ist doch 3. Das ist schlecht. Es sind so 6 oder was? Niemand. Ja. Ja, okay. Komm bitte mal so eine Troll-Antwort. Es sind nur noch 5. Ich bin von ungefähr einem Prozent ausgegangen. Der SC Borsigwalde weiß man natürlich nicht, spielt eigentlich im Münchner Stadion. Ja, genau. In der Allianz Arena. Natürlich krass. Also, ist die Frage. Borsigwalde. Geil, ist aber das Stadion auch noch ein Anführungszeichen gesetzt. Es ist einfach nur so ein Feld oder was. Es ist der Sportplatz Günther-Jäger-Anlage. Wie spielen die denn? Recherchiere das gerne mal. Ja, cool, ich war da. Die richtige Antwort. Berlin ist im Jahr 2020 gewachsen um 467 Menschen. Oh Mann, mit drei wäre ich ja mega. Juhu. Ey, die sind Sechster geworden. Landesliga spielen die. Krass. Ja, immerhin. Peter, ich hab ein bisschen mehr. Ich hab viel mehr. Peter hat mehr als 60.000. Ich hab ein Prozent der Bevölkerung, dachte ich mir. Ja. Ist doch fast ein Prozent. Peter hat mehr. Ich hab eine 69 vorne stehen. Uff. Dann hab ich weniger. Ich hab das, was da steht, mal 1000 minus ein bisschen. Wir schauen uns das mal an. Peter ist all in. Peter ist all in. Ich dachte gerade mal 1000, okay. Ne, das, was da steht, mal 100 minus ein bisschen hab ich. Das ist wieder blöd. Boah, Sigwalde hat das letzte Spiel 2-0 gegen Tennis Borussia Berlin 2 gewonnen. Also wenn ich das richtig sehe, in Düsseldorf sind es in fünf Jahren von 2015 bis 2020 so 2000 Menschen. Ja, krass. Ist nicht so viel. Städte verändern sich nicht so viel, wie ich dachte. So in Weels saß dann so drei. Und wegen Wohnraum knapp halt. Ja, wobei, war Corona ja. Was Stadtflucht auch. Ich hab's schon mal easy untergekriegt. Wir schauen uns mal eure Schätzungen an. Peter ist all in gegangen. Deswegen schauen wir uns seine zuerst an. Peter sagt 69.000 und eins. Bram sagt 42.000. Das heißt, Bram ist damit näher dran, aber leider trotzdem sehr weit weg. Dennoch hat er diesen Pott holt und schmeißt damit Peter raus. Gut Job. 101 jetzt hier, Leute. Hätte ich so oder so verloren. Ja, schade Peter. Vertan. Zisch, zisch. Zisch, zisch. Ja, damit ist Bram Chip Leader mit 37.000 und Sepp mit 13.000 auch ganz gut. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Unterschied. Und wir haben jetzt ein Heads-up sozusagen zwischen Bram und Sepp. Und ich bin gespannt, wie viele Fragen wir spielen werden. Hast du schon die Blinds erhöht eigentlich? Ja, eben. Ja, bei 1.000. Ich bin jetzt bei 500 und 1.000. Okay. 500.000. So. Ihr seid bereit für die nächste Chat. Ja. Ich lese nicht den Chat, ne? JP Hate Crew. Finde ich gut. Wir haben bisher einiges schon über Geroldsteiner gelernt. Ja. Wir haben gelernt ja zum Beispiel bei der ersten Geroldsteiner-Frage. Das war Frage Nummer 3. Äh, dass Kohlensäure wichtig ist, um bei Dolomit Calcium und Magnesium auszulösen und dann ins Wasser zu übergeben und dann ist das gleich viel besser. Äh, ja. Aber wir haben ja bisher gefragt, wie viel Kohlensäure ist in Geroldsteiner-Sprudel drin? Ja. Sieben. Die nächste Frage lautet daher. Oh nein. Man interessiert sich ja auch, ne? Habt ihr auswählig gelernt? Wieviel Kalzium enthält denn ein Liter Geroldsteiner-Sprudel? Okay. Hast du ja von vorhin gemerkt, ne? In Milligramm. Ich hab nichts gemerkt. Ich hab ja nur die Namen vorgelesen, aber nicht die Werte dahinter. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Ich weiß es. Ich hab nur die Weises. Ich kann ja sagen, als ich das vorhin gemacht habe, hab ich zwei grobe Zagert im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, welche etwa. Ey, guck mal. Die Dolomiten haben ihren Namen tatsächlich auch von dem gleichen Typ wie das Dolomit-Gestein. Und zwar von Diodat de Dolomieu. Da war ein Franzose. Ich glaub, das war so. Oh, Bram. Okay. Ist ja krass. Ich glaub, das war so. Jeden Milligramm. Ein Liter Geroldsteiner-Sprudel. Wie viel Kalzium? Also oben, hast du schon eingeloggt, Bram? Ja. Ganz oben stand Kohlensäure. Oben stand irgendwie was mit M. Das hatte vier Stellen. Nee, da stand nicht Kohlensäure. Magnesium. Das war Hydrocarbonat oder so. Das ist doch Kohlensäure. Ja, aber das fing, glaub ich, mit M an. Egal. Das war auf jeden Fall nicht Kalzium. Das war vierstellig. Darunter stande, also von der Silhouette waren darunter, glaub ich, zwei dreistellig. Dann einer zweistellig und einer einstellig, meine ich. Ja, aber bei den dreistelligen hab ich zwei Vorziffern. War denn Kalzium bei den dreistelligen? Ich mein schon. Ich glaub nämlich auch. Aber ich hab keine Ahnung. Am Tutor jetzt so. Nee, ich weiß, Calcium, meine ich, war eins der oberen. Und es gab zwei obere mit zwei dreistelligen Zahlen, die unterschiedlich waren. Also, die unterschiedlich angefangen haben. Das eine meine ich einfach mit 300 noch was, und das andere mit 100 irgendwas. Wir haben beide Schätzungen. Die sehen so aus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Sepp beginnt. Ja du, hier für Gerold Sterner halte ich die Flagge rum, ne? Da kenn ich mich aus. Ja, all in. Hör immer auf die Leute, die schon raus sind, Sepp. Nice, Sepp. Hm. Du könntest für 1000 diese Frage schließen? Ja. Ich weiß, ich kenn meine Option, dass sie endet. Aber erzähl ruhig weiter. Ich würde überlegen, ob du Richtung 300 gegangen bist oder eher Richtung den Hunderterwert? Ja, vielleicht habt ihr auch Ultra Trash erzählt und habt ihr nur versucht, Infos aus den Socken zu leiern. Ja, ich weiß. Du hast genauso wie ich, als wir vorhin auf die Flasche geguckt haben, hast du da sicher auch was im Augenwinkel gesehen? Rein theoretisch. Und dann hast du dich gut gefühlt. Ne, zahlenmäßig eher weniger. Ich wüsste nicht mal an welcher Stelle Calcium gewesen ist. Also es war auf jeden Fall nicht das erste, weil das war so ein super langes Wort. Das war nicht Calcium. Nein, das erste war Hydrocarbonat. Ja. Mit 1800 ein paar gequetschte. Hydrogencarbonat. Okay, Hydrogencarbonat. Mit 1825 oder so war das erste. Ähm. War Calcium das letzte? Ne, und dann kam Magnesium und Calcium. Aber ich weiß nicht mehr, was oben stand, weil das erste hatte 385 von den beiden. Also erstmal das Wichtigste ist, dass Sepp jetzt mal aufsteht. Ja, das ist... Ja, Entschuldigung. Ich versuche gerade die ganze Zeit... Hey, Bram hat er noch gar nicht angenommen. Während ich dann erzähle, versuche ich die ganze Zeit an Jays Gesicht zu sehen, ob ich guten oder einen schlechten Guess habe. Ich sage gar nix. Ich sage gar nix. Okay komm, Sepp, jetzt darfst du aufstehen. Ab davon. Das geht nicht. Ich feiere eine neue Kugel. Okay. Wieso stehe ich überhaupt noch? Ja, Peter. Das ist die Frage, die man fragen sich stellen muss. Ja, Peter. Warum stehst du eigentlich noch? So ist die Kamera eigentlich super. Ja. So ist schön, Peter. Lass mal einfach so. Warum stehe ich noch? Aber geil. So eine Hand. 15 Minuten. Warum stehe ich eigentlich noch? Aber dafür hat er schön getanzt. Das ist wichtig. Okay, also. Wir haben einen All-In-Sepp und einen Bram, der mitgegangen ist. Das heißt, auch wieder diese Frage. Wir gehen einmal komplett durch. Weil, was sollen hier noch Einsätze? Bringt ja nix mehr. Der erste Hinweis wäre gewesen. Der Tagesbedarf an Calcium für einen Erwachsenen oder eine Erwachsene liegt bei 800 Milligramm. Da besteht übrigens nicht fangsläufig die Lösung, Sebastian. Weil das immer noch Medium ist, was du da vor dir stehen hast. Ich muss ein bisschen Props für die Tipps geben. Die kommen heute ein bisschen kurz bei den ganzen All-In-Runden natürlich. Props geben? Ja. Fällst du gut? Ja, aber die kommen ja gar nicht so zur Gankung. Das schnellt Andi's Kopf hoch. Ja, weil sonst hab ich nämlich immer sehr viel auszusetzen an meinen... Das sieht gerade mal her. Der erste Tipp war ausbaufähig, muss man sagen, des Abends. Ey, Sepp, kannst du ein Stück näher an die Kamera rangehen? Das ist okay. Ein Stück nach dein rechts gehen. Noch ein Stück. Ganz gleich ein Stück. Alles klar, danke schön. Hä? Ey, ich bin das! Oh mein, jetzt hab ich das kapiert. Ich dachte, das wär Peter! Oh man! Nice! Hör mal runter. Herr Sepp bewegt sich zu viel. Ja, hab ich endlich auch mal mit. Oh, schön, ey! Ich bin stolz auf meine Tattoos. Der zweite Hinweis wäre gewesen Ignorieren das einfach Oh, es wäre Peter Sebastian Vollmilch enthält etwa 1200 Milligramm Kalzium pro Liter Vielleicht hab ich zu wenig Vielleicht war doch das 300 Ding Ja, ich hab aber auch das 100er Ding Ja, aber ich hab das 100er Tief Ein Liter Gerolsteiner Sprudel enthält 348 300 Milligramm Kalzium Moment, wie wenig 100 hast du denn? Ich hab mich gerade voll gefreut Aber du hast gesagt 100 wenig Ich hab auch nicht 100, jetzt irgendwie 199 Wie viel hast du? Das werden wir jetzt rausfinden Wie viel Sepp hat Sepp ist all in und muss aufdecken Sepp hat 111 Milligramm Und Bram hat 135 Milligramm Und damit holt sich Bram den Pott Und nicht nur den Sondern den Abend, den ersten zumindest Geil Herzlichen Glückwunsch 50.000 Coins Guck mal, es sind auch keine verloren gegangen Auf dem Weg hierhin Ja, voll krass Ja Krass Komm, nächste Wollt ihr noch mal Natrium war 118 Bram, Natrium wär so gut Und Magnesium 108 Wir können ja mit höheren Höheren Wir können mit höheren Blinds starten Oder wir lassen die Blinds, wie sie waren Ja Genau Also wir haben jetzt Wir haben jetzt ja schon viel über Gerolsteiner gelernt Von daher Das ist schon mal gut gelaufen Ich würde sagen Ich probiere jetzt noch einmal Ob wir in der zweiten Runde Vielleicht mit der App spielen können Okay Und wenn das nicht geht Dann gebe ich auf Weil da bin ich wirklich überfragt Deswegen Gib mir kurz eine Sekunde Immer noch Medium, Sepp Aber trotzdem hat Medium 348 Calcium Ja, genau Das habe ich ja gesagt Das ist ziemlich nah dran Also das Wäre okay für mich gewesen Der geht Bram Aber ihr seid echt weit im Schätzen Ja gut, das stimmt Ja, ich bin nur gut im Tipp Das ist aber auch schwierig zu wissen Wie viel Milligramm Mineralfasser Calcium da drin Das ist richtig Aber man muss ja auch sagen Das sind mich beide auf die Flasche gekauft Ja, das war ich wie Ja, okay Aber du musst dir das halten Da habe ich mir schon gesagt Aber ich bin froh, dass ihr euch das nicht merken konntet Das ist verlangweilig gewesen Also den ich am Anfang gemacht habe Dass ihr das alles immer verhältst Oder nicht richtig seht Das ist das Traurigste daran Wir gucken beide auf die Flasche Und wir tippen beide über 200 noch mal davon entfernt Also die 111 waren ja nicht schlecht Wenn ihr Natrium gehabt hättet Ja Das sind 118 So Peter, kannst du bitte einmal nochmal neu laden Inspektator Ich habe meine Frau verloren Ich habe meine Frau verloren Reicht quasi Cache der aktuellen Seite aktualisieren Oder einmal rauslöschen Weil YouTube aktuell sehr gerne Nee, einmal du klickst auf Spectator Und drückst dann auf aktualisieren Da sollte irgendwo Du kannst auch Cache einfach löschen Dann sollte sich's neu laden Und dann sind wir wieder on air Aktualisieren sehe ich hier nirgendwo Aber das Cache aktualisieren hat es neu geladen, ja Sehr gut Okay, dann sollte jetzt alles wieder Ich zeige euch auch hier kurz nochmal den Chat So, da seid ihr gerne Guck mal, deine Frau, Sepp, schreibt im Chat Erst vorbei hat sie geschrieben Ja So schnell wird man weggeworfen Ja Du, Bibi, hat's vorgemacht Jetzt, also Okay Das klappt Dann würde ich sagen Ihr habt alle wieder 10.000 Chips Ihr seid wieder alle dabei Und wir starten mit der ersten Frage der zweiten Runde Ähm Sind wir jetzt getrennt Wahrscheinlich räumlich aktuell Also nicht jetzt Bibi ist noch so Heute machten sie das über einen Twitch-Chat Ich hab gehört, Bibi ist frei Also Nein Da hab ich aber was anderes gehört Da hab ich aber was anderes gesehen Wir sind doch aber noch nicht zusammen Oder das ist doch nur so ein Ja, das weiß ich Ja, Gerüchte über Gerüchte Und Nina, hier Julienko Der hat es nur so ein Snack Julienko geht doch pumpen Julienko geht doch pumpen Ja Ich merk das schon Julienko ist frei Wir tauschen das Ganze mal Wie viele Telefonzellen gibt es denn aktuell in Deutschland Ist meine Frage Oh Scheiße Die Frage ist auch in der App Zumindest sollte es funktionieren Das heißt, ihr könnt jetzt alle mitmachen Da kann ich sogar was zu erzählen Haben die nicht gestern Die letzte Gestern oder vorgestern Die letzte in Manhattan abgebaut Keine Ahnung Weiß ich nicht Aber du kannst Eine Telefonzelle kaufen Da hab ich dich bei Galileo gesehen Jetzt kommt der Ich erzähl euch das sogar noch Dann könnt ihr doch vorher zuhören Und zwar wenn du die kaufst Da gibt es so ein Generallager Da kommen alle Telefonzellen erst hin Und müssen von da aus wieder zu dir geliefert werden Jetzt kommt der Clou Das war eine kleine Piststadt Wo noch eine Telefonzelle stand Und so ein paar Leute Da wollten daraus so ein Büchertauschding machen Weiß da kannst du dann so ein Bücherregal reinstellen Kommt mir bekannt vor Bücherregal reinstellen Und dann kannst du halt Bücher reintun Und da kannst du einfach eins nehmen oder eins geben oder so Und damit das aber ging Muss die Telefonzelle erst abgebaut werden Ins Lager geschifft werden Und dann wurde die wieder zurückgefahren War das realer Irrsinn? Ja genau Das haben wir doch zusammen geguckt Wo die ganzen Telefonzellen sind Und in der Folge Wurde doch bestimmt noch ermittelt Wie viele Telefonzellen nicht gibt Keine Ahnung Und zwar, Peter 140.000 Boah, wie viele wir auch geben, Alter Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Ihr könnt jetzt in der Watchbar Ihr habt mitmachen Das funktioniert jetzt endlich Ja, also ihr könnt jetzt schätzen Und ihr habt so lange Zeit Wie die Jungs auch Zeit haben zu schätzen Also du hast es geschätzt Vielen Dank für die Teilnahme an der Schätzung Deine Stimme wurde gezählt Also allein hier gibt es ja bestimmt noch 10.000 Ja, hab ich gemacht Ich sehe auch, dass ihr alle schätzt Weiß auch, was ihr schätzt Oh, ich will auch schätzen Warte Ihr schätzt schon hier, ne? Also jetzt Ja, aber jetzt habe ich hier geschätzt Hab ich nicht doppelt schätzen Ja, aber ist ja für die App auch gut Genau, ich will Punkte sammeln Wo schicke ich denn dann ab? Außerdem will ich gucken Wo bin ich näher dran bin Wo schicke ich denn ab? Ich habe jetzt eine Zahl da reingetippt Ja, du musst da einen Fax hinsenden Auf den Button Der gibt keinen Button Ich habe auch keinen Button Ich habe jetzt Schätzen, Minus und Plus und so ein Feld Und dann steht Bei mir steht Du hast geschätzt Die Technik, Tadeus Okay Die Technik Die Kabel So Okay Falls es bei euch nicht geht Ihr werdet gleich noch mehr Möglichkeiten haben Ja Wir machen jetzt erstmal die erste Frage zu Stimmt, Chris Ich habe den Button auch nicht Wirklich Es hat bei mir funktioniert Also es wird schon funktionieren Wir machen die Frage zu Ihr seht alle Schätzungen Und Sepp begeht Wir machen das jetzt übrigens so Wir machen jetzt eine Runde mit den klassischen Blinds Und dann erhöhe ich sie etwas höher Ich will jetzt natürlich nicht, dass es sofort wieder Der erste seinen Kopf verliert Hast du gesagt sofort wieder eskalieren oder was? Oder wir erhöhen jetzt pro Runde immer ein bisschen So mache ich es So, so viele Ja, das kann gut sein Nur, dass ihr das wisst Ich habe keine Ahnung Ich spiele doch nicht mehr mit Jetzt hast du die ganze Zeit gewartet Ja Um zu foulen Also da ich sehe, dass ganz viele in der App mitmachen Es scheint zu gehen Vielleicht nur bei den manchen Hä? Ich muss jetzt meine Tür suchen Ja, was war das denn? Ich nur bei iOS Hör mal Ach komm Peter? Ich, äh, checke Alles klar Peter checkt Und wir kommen zum ersten Hinweis Im selben Jahr, in dem das iPhone auf den Markt kam Waren es 110.000 Telefonzellen Das ist ja schon 300 Jahre her Das ist belastend Ich bin dran Ja Das ist ungefähr so ein Adi-Tipp Damals Vor 2000 Jahren Ich war dabei Ich finde das schon ein guter Tipp So, also Echt? Also es ist weniger als 100.000 Okay Ja Muss nicht Vielleicht lassen die auch alle die ganze Zeit stehen Bauen mehr Also selbst der in Kevlar wurde abgerissen Ich checke Also selbst die eine Bei uns an der Schule in Kevlar Ich checke auch Alles klar Und die ist echt lange stehen geblieben Da ist dreimal jemand gegen gefahren Selbst Selbst hier Bernhard ist dagegen gefahren Drei mal miteinander Wow Hadi ist dagegen gefahren Ja Ich checke auch erstmal Gucken wir mal, was passiert Was ist das denn hier für eine Runde? Okay Hinweis Hey, eben waren wir zu schnell Jetzt sind wir dir zu langsam Wir wollen deine Tipps hier mal Was haben wir jetzt Jay nicht da? Wie wäre es denn, wenn wir mit der nächsten Runde anfangen Und Jay ist nicht da? Stimmt, Jay ist weg Ich habe mir ein Äpfelchen geholt Ich habe mir ein Äpfelchen geholt Ich habe mir halt, um was es besser ist Selbst Tipps oder Andy-Tipps Ihr habt kein Kartöffelchen Ich finde meine Tipps schon super Der ist vielleicht auch jetzt klasse Der Hinweis Nummer 2 Das letzte gelbe Telefonhäuschen Wurde im Jahr 2019 abgebaut Telefonhäuschen? Geht ja aber um Telefonzellen Was? Also Zelle heißt einfach Das ist ein Telefon Und auch wenn die nicht Die hängen ja auch teilweise einfach unter freiem Himmel Ja, es gibt ja noch diese Dinger von der Telekom, wa? Zum Beispiel Die kenne ich hier in Berlin Wahrscheinlich sind alle, die noch stehen von der Telekom Das kann natürlich auch sein Im Bundestag, also hier in dem Paul-Löberhausen So haben wir doch noch ganz viele Telefonzellen gesehen Da standen auch noch Faxgeräte Ja eben stimmt, da waren die ja alle Da würden die ganz schnell telefonieren gehen können Wo wir gedacht haben, wir sind auf dem Flughafen Ja, Christian Du kannst checken Du kannst setzen Was auch immer Setzt 800 Jeder geht raus Eben so Jetzt auf einmal die Um die Um die festinstallierten geht Ja Damit sind alle raus Außer Christian Und Christian holt sich die Runde Ich sag euch trotzdem noch, was die Antwort ist Die Antwort sind 14.002 Runden Ja, da bin ich weit weg Ja Ja Tito Christian, möchtest du sagen, was du geschätzt hast Also so jetzt, wo ich die Antwort sehe Hätten wir auch noch ein bisschen Spiel kommen Muss ich sagen Ah, okay Ich hab einfach mal gedacht 17, wuuu Okay Also 17.000 17.000 warst du auf jeden Fall sehr nah dran Und ein Scheiße, hätte ich mal 17.000 Also Ja Ganz gut, Christian Holt den Pod 2400 Herzlichen Glückwunsch Das ging ja relativ schnell Ähm Und ihr konntet Hoffentlich alle mitmachen Wir haben tatsächlich auch Ich schau mal 18 Leute Die es genau getroffen haben In der App Boah Also Aber ich hab versucht Metagaming zu betreiben Weil man genau Drei Ziffern Eingeben konnte In der App Deswegen hab ich 673 getippt War wohl falsch Aber wie konnte ich denn Dann 17.000 Eingeben Dann geht das höher Länger die Linie Ach so Also Nur für euch zur Info Für alle diejenigen Die jetzt mitmachen wollen In der App Und es eben nicht funktioniert hat Ich würde euch einfach mal empfehlen Die App zu updaten Ähm Wenn ihr das länger nicht gemacht habt Dann könnte das eine Lösung sein Denn es haben wirklich sehr viele mitgemacht Und äh Ich würde eher sagen Dass das dann an dem Update liegt Ähm Von 34 Apps ausstehen Du meinst Smartphone Macht das ja immer automatisch Ja Aber macht es gerne Ihr könnt glaube ich Immer noch mitmachen Also äh Gar kein Problem Stimmt Ich kann Watchbody aktualisieren Aktualisieren Ja Dann wird es wahrscheinlich Da herangelegen haben Sehr schön Ähm Das war eine Vergleichsweise schnelle Runde Ich erhöhe jetzt die Lines Wir wollen ja ein bisschen Äh Schneller diesmal durchkommen Und der Small Blind Ist jetzt 400 Und der Big Blind 800 Ja Lotus Moch hat noch ein paar Subs verschenkt Vielen, vielen Dank dafür Haben auch ganz, ganz viele andere noch gesuppt Dankeschön Vielen Dank dafür Dankeschön Mal erwähnt werden Hier werdet natürlich auch alle oben eingeblendet Vielleicht nicht runter Und äh Denkt dran einfach Watchbody App runterladen Ihr könnt mitmachen Jetzt funktioniert alles Äh Vorher updaten Wenn ihr wollt Ihr könnt auch jederzeit Einsteigen Ihr seid bereit für die nächste Frage Na klar Sehr gut Äh Wir haben jetzt schon Vier Fragen zu Gerald Steiner Gehabt Und eine fünfte Will ich euch nicht vorenthalten Ja Denn wir haben jetzt gelernt Das wäre jetzt ein bisschen langweilig Vielleicht wenn wir jetzt nochmal irgendwas fragen Was auf der Flasche steht Ach verdammt Aber wir fragen jetzt Was das nicht auf der Flasche steht Zumindest Äh Nicht Zumindest bei mir nicht Ich glaube nicht Nein Steht nicht drauf Bei wem denn sonst Bei mir schon oder Ich weiß ja nicht Ob es auf dem Spudel draufsteht oder nicht Ich glaube nicht Ähm Die Frage lautet Ich glaube nicht Aus welcher Tiefe wird Gerolstein im Mineralwasser gefördert Und die Einheit sind Meter Aus welcher Tiefe Reden wir die Tiefe gesehen vom Leeresspiegel 0 Oder von du stehst oben am Berg und dann geht es 8 Kilometer in die Tiefe Äh Das ist eine gute Frage Das ist eine wichtige Frage Wie tief ist die Bohrung der Quelle Weil wenn ich erst 3 Kilometer so einen Berg hoch muss Dann ist es ja nicht tief Das ist eine wichtige Frage, Peter, ne Es geht um die Bohrung quasi von der Oberfläche nach unten Aha In Metern Ja In Metern Und ihr könnt auch alle Denke ich mal Ob ich in der App mitmachen Wenn alles funktioniert Sollte eigentlich Ja Die Frage ist auch in der App Also bei mir ist Ähm 10 Meter Grundwasser Jetzt kann ich gucken Das kann jetzt natürlich sein, dass es am Server liegt Also an mir liegt das glaube ich nicht Also ich sehe die Frage Aber jetzt kann ich auch nicht mehr tippen Ich muss mich nur einloggen Oh Also Ja Das weiß man ja genau Aus der Werbung Genau Was steht hier Sehr schön Ja schade Wait den Eiffelturm Wenn du den quasi so umdrehst Oder wenn du Also ich glaube wenn du den umdrehst Jetzt mal in die Tiefe baust Ja wenn du den umdrehst oder nicht ist ja völlig egal Rammst den doch nicht wie ein fahlen Boden Ja Also der ist ja die Höhe ändert sich ja nicht Ich dachte wenn du erst runterkletterst und den dann von unten hochbaust Also es ist so gemeint Also es ist so gemeint man dreht den oben und baut den nach unten Also quasi gespiegelt Also der Eiffelturm ist größer als die Tiefe Wo er umdreht Okay Also der Tipp hat mir gar nichts gemacht Aber ist die dritte Etage überhaupt der höchste Punkt Aber ist ja egal Die Eiffelturm ist auf jeden Fall höher als die dritte Etage Vielleicht ist ja die Vielleicht ist ja die Etage einmal so ein Kreuz Das ist doch total egal Der Eiffelturm ist auf jeden Fall Der hat ja so ganz viele Kreuze Die sich strahlt Und vielleicht ist das ja dann eine Etage von einem Kreuz Aber dann ist ja da drüber trotzdem noch was Ja ja logisch Ich checke Alles klar Ja checken kann ich Aber ja jetzt bin ich verwirrt Da ich was habe Was deutlich größer ist als der Eiffelturm Ist das falsch Genau Also warum sagst du das Du hättest doch noch checken können Du kannst auch checken Bram Nee Ich checke Ja doch hätte ich Checken hätte zu machen können Ich checke Ich weiß nicht mal wie groß der Eiffelturm ist Ja da hätte ich wohl free haben können Peter aber noch Der Eiffelturm ist Wollen wir da nicht Lava Wollen wir da nicht sagen Was checkst du denn Nee checkst du Ja so Quatsch Ja hier hast du gecheckt Ich hab gecheckt Ja ja hab ich gesagt Alles klar Christian checkt Ich hab auch gecheckt Als ob der Eiffelturm 600 Meter groß ist Der ist keine 600 Meter hoch Nee 300 Meter hoch Never Der ist nicht mal 100 Meter groß Nicht mal 100? Ja der in Las Vegas Steht ja nicht Dass der in Paris gemeint ist Alter Der heißt nicht Eiffelturm in Las Vegas bestimmt Der zweite Hinweis Ein Objekt würde diese Tiefe in gut 7 Sekunden fallen Wir sprechen hier vom Vakuum Was sind das? 6,7 Meter pro Sekunde 9,81 Wie schwer ist denn das Objekt? Wie ne Feder? Oder Was für ein Objekt? Oder Was? 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 Beschleunigung Also in meiner Thermoskanne Ich checke Ja komm ey Weißt du Wir spielen jetzt mal hier vernünftig Ist mir egal Dann bin ich halt Minus Oder ihr geht raus Also der Eiffelturm Ist ungefähr bei irgendwas mit 300 Metern 300? Irgendwie sowas Ja das heißt Scheiß Und wenn das nur die dritte Etage ist Hä Bram du hast doch vorhin bei 600 hast du schon gesagt Du bist deutlich drüber Dann müsste ich Dann müsste ich mehr als dreimal so hoch sein Wieso hä? Weil die dritte Etage ist die nur ganz Ist das die dritte Etage ist die oberste aber oder? Ja ist ja völlig egal bei mir Die dürfte gerade Bei mir nicht Wenn das in meiner Wohnung wäre Bei mir die dritte Etage ist halt keine Ahnung Die ist halt da oben Ja wie groß ist die Etage? Drei Meter Also neun Meter Welche Etage ist der? Ja also hier bis zu meiner Decke sind das drei Meter Meinetwegen Du hast drei Meter hohe Decken? Krass Keine Ahnung Also bei mir sind es 2,40 Ja dann sind es halt 2,40 Ja was ist der Unterschied? Bei Altbau hast du ja viel höhere Dagen zum Beispiel Zu viel Mathe Bin verwirrt Zu viel Mathe Keine Scheu Nein Peter das Ding hab ich auch Mathe Mann Ja Krass ich hab das auch Ja ich glaube Da müssen wir nochmal drüber reden Also ich folde auch Das ist mir zu hekel Ich bin echt Okay Ich war davon auch sehr weit Ja Peter war wohl nah dran So wie er seinen Arm hebt So richtig so Hm ja Du hast dich doch vorhin auch darüber beschwert Dass man dich aufdecken muss Ich hab gewonnen Ja bei mir Ich war ja auch nicht der Erste der Gesetze Aber ich hab doch gewonnen Jetzt sind doch alle raus Du bist doch der Letzte der Gesetze Ne 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 ich kann ja geblufft haben Der Peter hat's in 250 Hatte 190 Ist das nicht total egal Jonathan Nein Das ist nicht egal Jay hat's gewonnen Und bekommt den Pot von 5000 Naja bei mir wird einfach aufgedeckt 700 Bitte schreibt die Schätze Das war das Erste Aber ich lese es Warum folde Peter schon wieder Peter warst du nah dran Peter Kann das sein Wenn du einfach mal öfter durchziehen würdest Dann würdest du hier easy gewinnen Deswegen war ich beim Dreifahren Ich hab einfach 999 reingegeben Und dachte mir so Sehr sehr schön Okay Jetzt wisst ihr alles über Gerberstein Ich muss kurz gucken Dass hier dir die Frage ausgewertet wird Domi falls du zuschaust Wäre super wenn du einfach die Frage auswertest Vielen Dank Ja das war die zweite Frage Dieser zweiten Runde Ist jetzt die Frage Wollt ihr jetzt schon Sollen wir die Blinds erhöhen? Ja klar Du hast gesagt Na jeder Runde rein Ja dann erhöhen wir die Blinds Small Blind ist 500 Der Big Blind ist jetzt 1000 Okay Ich muss aber sagen 250 Meter ist echt tief Da kommt das schon ganz schön warm dann hoch Das ist echt krass Das ist wahrscheinlich die nächste Frage Das hättest du gegen mich auf jeden Fall gewonnen Nur 1 Meter hat Moment du hast 0 Meter gezifft oder was? Ja Ich hab gesagt 9 Meter hoch ist die Decke Also 27 Meter Hab ich nicht verstanden Ja also der Eiffelturm ist ungefähr 330 Meter hoch Nur für euch zur Info Die dritte Etage ist auch tatsächlich ganz oben Ah Guck mal der Apelturm hat also nur 3 Etagen Genau Die erste und zweite kann man auch besuchen Das heißt ein Objekt fällt in 7 Sekunden 250 Meter Das ist krass Fällt ja auch immer schneller ja 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 Und Lordus Moich haut noch mal ein paar Subs raus Der ist hier ganz schön Das hast du eben schon mal Den hast du schon ein paar Mal gesagt oder? Ja Der ist keine 100 Meter hoch Der hat mir einfach noch reingetrollt Dann ist der Wenn der mit 100 Metern Dann wird der wahrscheinlich höher Als irgendein komisches Haus dort Minus 250 Meter Feder Ja sehr schön Der Dom alleine ist doch schon so groß Der ist ja so Ist der Dom größer als der Eiffelturm? Ne der Eiffelturm ist größer Ah ok Ich hab keine Ahnung Können wir dann schätzen? Um wie viel Meter ist der Dom größer als der Eiffelturm? Minus 12 Minus Wir gehen zur dritten Frage dieser zweiten Runde Wie viele Tore schoss die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren Bei der WM 2014 In der Gruppenphase und Finalrunde insgesamt Also die Qualifikation ist uns egal Es geht um die Gruppenphase und um die Finalrunde Wie viele Tore die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren Und ihr könnt in der App wieder mitmachen So lange die Jungs schätzen, könnt ihr auch schätzen Und falls die Frage noch nicht da ist, wartet einfach kurz Dann kommt die gleich Du hast Interesse Bei dem Elfmeterschießen Zählt das Endergebnis oder jedes Tor? Das ist ne gute Frage, aber Jedes Tor Es gab kein Elfmeterschießen Es gab kein Elfmeterschießen Oder nicht? Wollte ich nochmal fragen Ich wollte hier nur einfach geben Jetzt, weil es dort kein Elfmeterschießen gab Ja, zumindest sag ich das Scheint nicht so einfach zu sein für euch Nö, ich hab ein Guess Das sind doch dann vier Spiele, oder? Vier Spiele? Ja, nicht Finale, Halbfinale Aber die Gruppenphase Ja, die Gruppenfinale doch Naja, scheiße Der Gruppenphase Ja, oder? Ja, vor allem Wir haben Arme Gruppenphase und Finalrunde Wie hab ich überhaupt was gefunden? Ansonsten wäre richtig Aber da müssten wir auch in Finale kommen Bei vier Spielen Waren wir im Finale? Anni, ich hab schon mal getippt Ich guck mal kurz Haben wir 2014 nicht gewonnen? Nee Doch Wir sind doch Weltmeister geworden 2014 Endet das Lied nicht auf 2010? Ja, aber da Aber 2014 waren wir doch in LL Da hab ich mich doch ein Stützel gefreut 2006 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herzen War 2014 das Brasilien-Ding? Werden wir Weltmeister sein? Das haben alle geschätzt In der App könnt ihr jetzt auch nicht mehr mit abstimmen Und Jay, beginnt Wo hast du denn 8? Christian ist hart Christian ist aber richtig krass gut Bei sowas Christian ist bei sowas immer sehr, 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 sehr stark Aber das Lied geht doch nur bis 2010, oder? Ja, aber scheiß doch auf das Lied, Alter Das Lied war ja einfach nur Vorausschauend beigeschrieben Weil 2006 war die in Deutschland Das Lied kam das Lied ja überhaupt Die Frage, die du stellen musst, ist Von wann ist denn der Song? Wie häufig sind wir danach noch Weltmeister geworden? Nein, wir sind ja kein Weltmeister geworden Die haben das Lied rausgebracht In der Hoffnung, wir werden Weltmeister Das sind wir dann nicht geworden Warte mal, was ist denn hier passiert? Wir haben 500 und 1000, ja? In Deutschland sind wir nur Toter geworden Genau Richtig Das hat ja dann nicht geklappt, Peter Und dann haben die einfach das Jahr danach Den Song nochmal rausgebracht Mit einem anderen Jahr Und dann haben wir im zweiten Finale Haben wir dann Portugal rasiert Das weiß ich noch Also 2018 sind wir sang- und klanglos richtig scheiße ausgeschieden Ja, aber das ist ja immer dasselbe 2014 waren wir Weltmeister Ja Es ist doch immer so, dass der Weltmeister danach Maracaná Maracaná 7 zu 1 war in Brasilien Da habe ich noch den Zeitungsartikel gefunden Ja, das war 2014 Ja, das war 2014, Peter Genau, ich habe mich krass Aber gefreut Das musst du schon haben Ja, ich überlege Dann hat Götzl das Finaltor geschossen Ja, das ist richtig Ja Die WM haben wir ja gesehen zusammen Ja, das Finaltor habe ich mit euch geguckt Da waren wir zusammen in der Mansion Da hatten wir, als wir im Hotel waren Und dann hatten wir diese Zeitung Vorm Vorm Zimmer liegen Mit dem schönen Zitat von Brasil-Coach Luis Felipe Solari I think it was the worst day of my life Achso, ich bin dran Ich bin ganz ehrlich Stell dir vor Deutschland hätte damals 7-1 in Deutschland verloren Peter ist raus Das wäre bitter raus Das wäre bitter, ja Ja, gegen Christian wird halt hart Ja, ihr beide macht das Ich sage ja auch nicht, dass das nicht bitter ist Also Bram ist auch raus Das war ihm keine 800 mehr wert Und damit ist Jay und Christian Die einzigen beiden, die noch drin sind Wollen wir einfach Blitpott machen, Christian? Wollen wir was? Blitpott machen einfach So geht halt nicht Wieso wollen wir das denn machen? Hast du das gleiche geschätzt wie ich? Dann geht das Stimmt Wir schauen uns mal den ersten Hinweis an Dann könnt ihr ja nochmal entscheiden Tore für Deutschland Schossen Thomas Müller, Mats Hummels, Sammikin Kedira, Mario Götze, André Schürle, Mesut Özil, Miroslav Klose und Toni Groß Ja, check Ich fand bei Mesut Özil immer cool, nachdem er ein Tor geschossen hat Dass er dann beim Jubeln wegrennen konnte und trotzdem den Ball noch gesehen hat Mesut ist glaube ich letztes Mal rausgeflogen irgendwie aus Fenerbahce oder so Aber er hat zu viel Fortnite gezockt Er hat zu viel Fortnite gezockt Ich check auch Ich muss Bram jetzt 50 Euro nennen Lordus Moich haut super viele Subs raus, das ist unfassbar. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß nicht, viele wie Tore. Ich hab über den Elbram Pizzer gelacht. Christian, können wir mal zusammenrechnen? Es waren drei Gruppenspiele plus Achtel, Viertel, Halb und Finale, oder? Das sind sieben Spiele, die die gespielt haben, ne? Oder hab ich mich verrechnet? Ich dachte, die Gruppenphase wäre sechs Spiele. Nee, ich glaub, das ist nur ein Spiel. Du hast doch drei Gegner. Ja, ich dachte, du spielst gegen Hannes 2. Aber was machst du denn jetzt hier? Du spielst nicht in den Rückrunden. Du hast ja kein Heimspiel, außer du bist die austragende Mannschaft. Ich hab doch schon Ja gesagt. Ja, und ich immer noch. Ich warte, bis es aufgedeckt wird. Also, wir kommen zu Hinweis 2. Meine Güte, vielleicht bringt euch der was. In der Gruppenphase wurde Portugal von Deutschland mit 4-0 besiegt. Gegen Ghana reicht es nur für einen Unentschieden. Ja, 4-4. Kann man jetzt vergleichen? Ich hab zu wenig Tore genommen. Ich bin auch raus, aber ist ja egal. Check! Das ist ganz wichtig. So, Peter, beim nächsten Mal gehen wir beide heute hin. Man hältst davon. Ja, okay, alles klar, das machen wir. Beim nächsten Mal gehen wir beide heute hin. Bei der nächsten Fußballfrage gehen wir beide heute hin. Okay, bei der nächsten Fußballfrage. Ja, kommen immer mehrere am Abend. Ich hätte gerne noch mal eine Formel-1-Frage. Was machst du, Christian? Wie viele Siege hat Michael Schubacher? Gehört, okay. Wir kommen zur Antwort. Deutschland schoss bei der WM 2014 in Gruppenphase und Finalrunde 18 Tore. Was? Ich war gar nicht so scheiße. Checky, 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 mecky. Sag mir, Christian, schönen Splitport machen. Ich dachte, ich bin zu wenig. Dankeschön bald weg. Bei mir war das mit zwei Spielen schon voll. Auch Christian, okay. Letzte Runde kannst du nicht umsonst. Ja komm, die Paar, ich will wissen, was es Christian zumindest als Antwort hat! Das hätte ich dir auch gesagt. Ich doch. Ich glaube nicht, dass ich das nicht kriege. Ich habe zu hoch getippt. Christian hat zuletzt geraced, d.h. Christian decken wir zuerst auf. Christian sagt 32. Ich glaube, ich habe vier Spiele im Schnitt oder sowas gerechnet. Ich habe ganz einfach gerechnet. Ich habe gesagt 7 zu 1, dann noch das Finale und die Gruppenspiele. Dann habe ich mir gedacht, 17 ist doch keine schlechte Zahl. Aber 17 sind doch bestimmt noch andere Leute. Deswegen sagt Christian 18 und trifft damit. Perfekt. Ich habe gesagt 25. Wie überschätzt mal wieder. Pusglück. Damit geht der gesamte Port an Christian. Der erste exakte Treffer des heutigen Abends. Ja, sehr schön. Der Christian ist echt klasse. Christian Fußballfragen muss ich mir echt merken. Weil die Spiele, die Vorrundenspiele, die habe ich auch nicht mehr ganz zusammengekriegt. Aber über 20 wäre halt schon viel. 18 ist halt auch schon viel. Ja gut, aber wir haben auch sieben davon allein in einem Spiel gemacht. Ja, deswegen. Also überleg dir das mal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das aber immer noch alle drin. Also das ist auf jeden Fall besser als alle drin. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Und die lautet folgendermaßen. Und liebe Leute, in der App jetzt bitte wieder drauf aufpassen. Jetzt wieder mitmachen. Wartet kurz, bis die Frage da ist. Kann immer kurz dauern. Die Frage lautet so. In welchem Jahr starb Pablo Picasso? Okay. Pass auf. Das habe ich in einer Netflix-Doku gelehrt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich will wissen, was Bob sagt. Ich will auch wissen. Ich will jetzt gewusst, wie sein Duckel schon mal heißt. Bob Ross lebt auch nicht mehr, ne? Kannst du dich noch an den ganzen Namen erinnern? Den rappt er ja auch. Pablo. Oder Picasso. Ne, das weiß ich nicht. Ehrlich. Auch die Kinder. Da geht das safe drauf an Bob Ross und Disney, doch damit, wie der gestorben ist. Kann man anhand der Ausstattung in diesem Video erkennen, in welchem Jahr das gewesen sein könnte? An der Ausstattung sind halt nicht immer vor Greenscreen. Ja, aber halt wie das Haus von Pablo Picasso im Hintergrund aussieht. Das ist ein Künstler gewesen, Peter. Dann müsstest du jetzt natürlich aber auch noch den Epochen, also den Baustil kennen, der dann zu der entsprechenden Zeit passt. Also, wenn du das dann daraus schließt, dann kriegst du Doppelpunkte. Ja, easy. Gar kein Problem. War Brutalismus, oder? Das war schon brutal auf jeden Fall. Ja, brutal war das. Bob Ross hat gewonnen für mich das Battle. Was ist denn, wenn der neu lebt? Wer? Pablo. Ja, wäre nice. Also, dann schön für irgendwo... Wenn die Leute angepisst, weil die den toten Picasso gekauft haben. Ich wollte gerade sagen, dann wären die Gemälde aber ein bisschen weniger wert. Denke ich auch. Wenn der einfach weiter gemalt hätte. Also, ich habe da eine Netflix-Doku drüber gelesen. Bist du sehen. Drüber gelesen sogar. Drüber gelesen. Oh, nee, das kommt ja gar nicht mehr. Nee, das war Da Vinci. Scheiße. Nein, doch. Stimmt. Ah! Ja, aber da drin noch zwei Schätzungen. Der ist der Pablo Leonardo Da Vinci Picasso. Nein, so ist der nicht. Ich war gerade überlegen. Ich dachte, der ist geil. Guck mal, weiß ich, das ist das Creed Moritz Picasso. Aber Michelangelo und Da Vinci haben ja die sexinische Kapelle bemalt. Das ist richtig. Ich dachte erst ganz kurz, dass der Pablo Picasso, geil, Assassin's Creed hilft, jetzt voll geil. Aber no. Ist der vor oder nach Christus gestorben? Picasso vor. Ja. Bob Ross. Nee, vor Christus. Äh. Sonst hätte er da doch gemalt. Bob Ross ist doch hier so noch 2000er gestorben, oder? Alle Schätzungen abgegeben. Ihr könnt jetzt auch nicht mehr in der App mitvoten. Nein, ich habe vergessen, die App zu nutzen. Votings. Und Christian beginnt. Der Big Blind sind jetzt 1400. Ja, ich habe genau zuhört, ich brauche. Peter called auch. Dann möchte ich Sepp ebenso. Ich habe keine Ahnung. Gar keine. Ich dachte, der wollte gerade bei der Roll-In gehen. Ich wollte gerade. Ich meine, der nächste Roll-In-Frei ist. Jay hat erhöht. Emma. Woo. 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 Ja? Was möchtest du denn hier? Das sieht immer aus, als wenn er gar nicht entstanden ist. Emma weiß bestimmt, wann Pablo gestorben ist. Kannst du Emma entscheiden lassen, was jetzt gut ist? Hey, 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 hey. Oh, siehst du dein Essen? Du hast wohl den Rest von meinem Abendessen. Betonung auf wahr. Kriegt Emma auch nur Geroldsteiner? Ja. Jetzt hast du mir bei der Sch... Ach, komm. Was war's denn? Was ist denn mein Essen? Ich, 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 ich calle. Scheiße, ich kann nicht drücken. Immer drück mal da eben. Jetzt ist ja eh kein Essen mehr da. Das war Ei mit Krabben. Achso. Okay. Ja. So schnell kann's gehen. Peter kennt sich aus im Kunst. Nö. Aber ich hab, ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab auch ein gutes Gefühl. Vielleicht kommt der erste Tipp und dann bist du so... Hm? Der war gut. Muss Eier zeigen. Balls muss ich zeigen. Ja, das hab ich mir auch gedacht. So wie Emma. Alle haben gesetzt. Bram ist der Einzige, der raus ist. Und wir kommen zum ersten Hinweis. So wär ich auch mal rausgegangen, Alter. Dwayne, The Rock, Johnson und Picasso lebten zur selben Zeit. Gut, dass ich rausgegangen bin. Lebten? Aber The Rock ist doch... Nein, damals in dem einen Jahr 19... Aber ihr lebt halt mal zur selben Zeit. Das ist leer. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Doch. Ihr lebt mal zur selben Zeit. Wirklich? Ach mal. Ähm. Ja. Was ballert der Junge denn da gerade eigentlich so? Ich fühl mich gut. Ich fühl mich auch nicht schlecht, aber ich frag mich halt, wieso ich so krass gut fühl's. Wir hatten das mal in Kunstunterricht. Unser Kunstlehrer... Ja, ist gleich. Ich meine, Jonathan, das ist absoluter Bullshit. Unser Kunstlehrer war... Unser Kunstlehrer, der erste im fünften, sechsten Schuhe... Nein, nicht der mit... Nicht der, der uns tot ans Kreuz genagelt hat. Nee, der davor. Sondern der davor. Der hat auch nur Kacke gelabert. Der hat uns mit Picasso-Filmen angeguckt. Der machte das. Der hat immer mit den Kunstnoten um sich geworfen. Und hat dabei die Leute geköpft, die er nicht mochte. Ja, aber da hat er das gemacht. Dieses Vater-mäßige Jonathan. Ja, aber da haben wir doch darüber geredet. Da hast du doch sogar noch... Da kann ich mich doch noch erinnern. Ja, wir haben da so einen Film geguckt. Das ist absolut richtig. Und der war übrigens doch Picasso-Fan. Ja, das ist absolut richtig. Aber da warst du zwölf? Ja, und? Aber da kann ich mir doch trotzdem zumindest... Du weißt nicht mal, was du gestern Abend gemacht hast. Ich weiß nicht. Peter Smits? Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißt. Was soll denn das jetzt? Also, ich fühl mich halt gut mit meinem Tipp. Was soll ich denn sagen? Vielleicht ziehe ich Christian auch mal wieder ab. War wieder ein Fehler. Ich da rette dir. Nee, das war ein Fehler. Da ist so viel im Pott. Wir können uns jetzt aufs Checken einigen. Bei dem... Da bin ich aber gleich tot. Nee, nee. Jay und Peter sind noch drin. Wir kommen zum zweiten Hinweis. Er wurde am 25. Oktober 1881 in Malaga geboren. Boah, stark. Ich hatte ein Geburtsjahr fast. Okay, wie alt ist The Rock? 150. Also bei mir hätte der jetzt so über 60 sein müssen und der ist er nicht. The Rock würde ich sagen, äh... Mitte 40? Mitte 40. Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Mitte, Ende 40? Dann würde das ja passen, wenn ich getippt habe. Aber dann würde... Dann wäre ja Picasso fast 100 geworden. Der ist 100 geworden. Der war auch echt alt, ja. Oh. Der ist 100 geworden. Ja, dann bin ich gut rausgegangen. Ja. Jay geht all in. Ich bin auch... Das war doch das große Ding damals. Deswegen... Das habe ich doch noch im Video gesehen. Das ist der 100 geworden. Trash. Ja, okay. Dann habe ich halt wieder Trash gelabert. Ja, Mann. Auch gönne ich mir jetzt erstmal einen G-Rollstein auf X. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ob Jay wirklich daran gedacht hat, über das Alter von Dwayne The Rock Johnson. Ich habe einfach mal... Weil Jay ist ja sowieso schon alt hin. Das heißt, ich kann ja mal offen reden. Ich bin mir davon ausgegangen, dass das irgendwann in den 70ern war. Wann genau, weiß ich nicht. Klingt gut. Aber jetzt kommt das ja hin, weil wenn Dwayne so Mitte, Ende 70 ist und ich bin von 84... Ja. The Rock hat angefangen... Ich glaube, der... Ich würde sagen, Rock dürfte so 76 geboren sein, weil der 20 war, als der, glaube ich, 96 angefangen hat. Zu wrestlen. Da war er bei der WWF. Ist er eingestiegen. Der WWF für Pandas oder was? Ja. Deswegen heißt das nicht mehr WWF, sondern jetzt WWE. Ja, WWF hieß doch... Da habe ich das Neues gegen geguckt. Das ist schon lange her. Christian hat auf jeden Fall gecallt. Das heißt... Jay auf den Potzen 27.500... Ich stehe schon. Ich habe meinen Dings hochgefahren. Du Lavasack! Ich habe den hochgefahren. Ich habe den hochgefahren. Ja, wo das ist der Code? Ah, hier, ich fahre hoch. Jay hat seinen Himmel gerade draußen und spielt sich da dran. Wenn das da passiert wäre, dann wärst du runtergefahren. So, ich fahre hoch. Nicht, dass wir jetzt hier komische Sachen hören. Okay, wir kommen zur Antwort. Die richtige Antwort lautet, geboren, gestorben ist Pablo Picasso im Jahr 1973. Peter, wie sieht er bei dir aus? Scheiße! Fünf Jahre entfernt war ich. Alter, Peter, das ist gar nicht so bad. Fünf Jahre. Scheiße! Alter, ernsthaft? Du hast jetzt die ganze Zeit nur gelabert? Ja, natürlich hat er nur gelabert. Mit... Ja, das haben wir bei unserem Kunstlehrer... Nein, das haben wir wirklich bei unserem Kunstlehrer gesehen. Ja, aber das hast du dir doch nicht gemerkt. Nee, habe ich auch nicht. Je, aber... Aber ich dachte, er wäre... Ich hätte echt gedacht, er wäre wenigstens 90. Ich habe... Ach, der ist ja geworden. Der ist 92 geworden. Scheiße. Jay ist all in, deswegen decke ich Jay zuerst auf. Ja, ich bin raus. Jay sagt 1985. 1985, Christian sagt 1975. Nice! Ist damit sehr viel näher dran. Nice! Geht im Pott und kegelt Jay raus als Ersten in der zweiten Runde. Autsch! Peter, hattest du 73 gesagt? Nee, ich hatte ja acht. Aber ich bin auch viel lieber beim Chat. Ach, fünf entfernt, okay. Fünf entfernt, okay. Ja, Chris hätte so oder so gewonnen. Irgendwann ist es genau lieber beim Chat. Ja, man da ist. Ja! 31.400, Christian damit jetzt Chip-Leader, die anderen ein bisschen abgeschossen. Hallo, Chat. Da muss man sich seine Fragen jetzt ganz genau aussuchen, bis ich erfahre, dass es schmeckt. Emma, ich habe nichts mehr zu essen. Pass auf, jetzt kommt Fußball. Emma, hat der schon deine letzten Reste weggelegt? Ja, jetzt. Hast du mir das schon alle weggegessen? Mehr gibt es nicht. Dann weißt du ja nicht, Peter. Da wo ein bisschen ist, kann auch mehr sein. Ja, verstehe ich. Das ist richtig. Zweeney oder Zweeney hat 50 Euro bar gelassen und schreibt. Ey, Bram. Ja, bitte. Kannst du bitte das Walterchen grüßen? Ich grüße das Walterchen. Freu dich mit mir zusammen, dass wir heute fast 4000 Punkte beim Spy erreicht waren. Schön, oder? Ja. Geil. Beim was? Alles klar. Wir spielen weiter. Jay ist als einziger raus. Wieder als erster. Auch in der zweiten Runde jetzt. Und die Blinds sind jetzt Small Blind 1000, Big Blind 2000. Okay. Und wir kommen zur fünften Frage. Nice. Der Song Rap God von Eminem mit einer Länge von 6 Minuten und 4 Sekunden hält den Rekord für die meisten Wörter in einem Song. Wie viele sind das? Oh, das hätte ich gewusst. Wartet gerne, wenn ihr in der Watchbody App mitmacht, so 30 Sekunden ungefähr. Ja, falls es nicht mal der Bursag von Eminem ist in der Spielshow. Oh, hoch. Peter. Aber Rap God war ja auch da gar nicht. 140.000, ja. Letzte Runde war Chris zuerst raus. Oh, dann habe ich ja Jay komplett Unrecht getan. Wer hätte das gedacht, dass Jay Unrecht wiederfährt? Wie immer. Das ist wohl eine kluge Nummer. Wie viele Wörter? In 6 Minuten und 4 Sekunden. Der hat doch dann auch so... Einfach so... Wo er nix sagt, ne? So Passagen. Gab doch so ein Clip von Tanzverbot. Der hat doch das auch mal gerappt bei einem Radio oder sowas. Echt? Ja. Hat er doch gar gemacht, meine ich. Das war der Hade-Dude, der war der 1. Nee. Ich dachte, du wärst Stefan damit. Also ich würde ja... Also ich würde ja jetzt entweder 69.420 zippen oder 240.600... Nee, was ist das? Nee, was ist das? 42.069. Klingt nach viel. Nein, der ist krass. Schreib doch mal dann eben kurz. Wir machen 10.000 Wörter runter. Ja. Nee. Musst du ja nicht schreiben. Du kannst ja auch immer was sagen. Mütig aber bitte. Auch habt ihr Zeit in WatchBuddy mitzumachen. Ach komm, fick die Mutter, ey. Okay. Ach komm, fick die Mutter, ey. Sepp hat seine Schätzung abgegeben. Das war der Text. Das war eine Line. Nein, diese hier und Sepp ist auch dran. Ja, Sepp, geh halt weg, wenn du foldest. Es ist nicht mehr Zeit hier. Oh, er callt sogar. Nein, Quatsch. Mann, Spaß, wenn ich jetzt dran bin. Ich glaube, ich habe auch einen guten Tipp. Ich call auch. Na gut. Christian auch. Peter. Kurz aufhören. Nein, ich mache auch nicht Spaß. Haha. Wie viele Wörter hatte Doppel-Di-Diktator? Weniger. Als wenn Peter... Also, als wenn... Nee, der ging ja auch nicht 6 Minuten 40. Der hält auch nicht den Rekord. Also muss er weniger. Heißt das nicht immer ein gutes YouTube-Video hat über 100 Wörter pro Minute? Das heißt, der Song muss noch mehr als 100 Wörter pro Minute haben. Wie ist denn... Wie ist denn... Peter, weißt du noch den Refrain? Doppel-Di-Diktator und das... Das ist der Gott-Fahrer. Doppel-Di-Diktator und dann... Da ist auch noch was zwischen gewesen. Ist der Snob, ist der Boss, ist der Gott-Fahrer. Ja, ich glaube, das ist richtig. Doppel-Di-Diktator und dann... Keine Ahnung. Weil dann war nämlich Zeit, Doppel-Di-Diktator zu sagen. Wer ist dran? Ich kenne die Leine nicht mehr. Ich wollte euch nur, ne? Also ich wollte euch nur hier mal länger raten lassen. Wir kommen zum ersten Hinweis. Scheiße, muss ich gleich all in hier oder was? Ich kann mir den Song erfahren. Ich bin nicht mehr dabei. Eminem kann 11,9 Wörter pro Sekunde rappen. Oh, was? Pro Sekunde? Kann. Pro Sekunde. Ja, kann, aber nicht über einen ganzen Song, der sechs Minuten geht. Kannst du mir erzählen. Doppel-Di-Diktator. Was ist das für ein Gang-Song? Wie schafft der denn vor allem Kommazahlen zu rappen? Macht der dann Rap? Wie sie das gemessen haben, weiß ich nicht. Hört ja dann einfach auf in dem Wort mittendrin. Also das Letzte. Ihr seid nur der Pöbel. Ihr kauft bei Ikea Möhr. Geht so ganz weiter. Warte. Ob die Diktator. Ich kenne, dass ich noch darüber freut. Ja, ist okay. Christian ist dran. Entweder checken. Ob wir die Diktator und Kanzler von YouTube-Deutschland. Genau. Ein guter Song. Es sind Silbe, nicht Wörter. Okay. Alter, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, wie man 11,9 Wörter die Sekunde rappen soll. Da ist ja noch nichts gemacht, passt das ja. Okay. Dann trittst du beim Bierkönig damit auf, Peter. Das stimmt. Die haben natürlich mit I sehr kurze Wörter auch teilweise. Ja, aber sehr, sehr. I. Das macht sehr viel mehr Sinn. Also es sind 11,9. I am a dog. Silbe. Das ist ja I am a dog. I am a dog. Wie hoch sind die Blinds? 1.000 und 2.000 ist der Begriff. Aber ist nicht die englische Sprache auch kürzer als zum Beispiel die deutsche? Zumindest nicht so lange Wörter, ja. Ja. Schifffahrt? Weiß man doch auch kürzer als. Peter ist Kackwurst. Alter, was, Christian? Peter ist raus, Christian. Deine Mutter, die besuche ich gleich. Sepp ist all in, kann es aber nicht komplett gehen. Himmelblau. Damn. Der kann 11,5 einsetzen. Also 12 Silben pro Mino. Ich bin auch all in gegangen. Wie viele Wörter sind das wohl? 11,9 Silben? Ja, genau. Sagen wir mal 2, ungefähr. Das sind schon kurze Wörter. Also das wären 2 bis 3 Silben pro Wort, meinst du? Das heißt, wir sind irgendwo bei 5. Sagen wir mal 4. 4 ist einfach zu rechnen. 4 mal 60, wenn dann halt... Und dann mal 6. Und das Lied heißt immer ein Rap-God. Das heißt, der wird sich ja wahrscheinlich angestrengt haben für den Song. Und der hält ja auch noch... Und der hält auch den Rekord für die meisten Wörter. Das heißt, wenn der es schaffen würde. 240 mal 6. Also über 2.000 Wörter pro Mino zu machen in den Song. Dann sehe ich mich doch da. Okay. Sehr schön. Das heißt, Christian und Bram setzen jeweils 6.000. Und Sepp ist auch noch dabei. Wie wir sehen, er ist all in. Aber nur mit 5.500. Guck mal, Sepp macht wieder ein schönes Herz. Ja, Sepp normal. Sehr schön. Wir gehen weiter zu Hinweis 2. Und Christian und Bram können ja immer noch setzen. Das heißt, wir spielen jetzt ganz normal weiter. Die Bibel umfasst 473 mal mehr Wörter. Achso, ja dann. Was ist denn das jetzt wieder von... Okay. Das ist der zweite Tipp. Ja. Okay. Holy shit. Die haben doch auf einer Seite alleine irgendwie 5.000 Wörter gefühlt. Die haben auch immer diese dünnen Seiten. Ja. Die lassen sich besser rausreißen. Krass. Brennen auch besser. Ich hab gecheckt an ihm. Achso. Man lässt er mich noch drin, ja? Ja, also diese Rumrechnerei hier mit... Wir machen Splitport und so. Ja, stimmt. Ich hab's nicht vorbereitet an dir. Nee, dann verlieren wir immer 50, oder? Naja, der Check kann mir sowas ausrechnen, ne? Ihr könnt gerne machen, was ihr wollt. Achso, ja gut. Okay. Also ich verdiene so schon viel Geld, wenn ich richtig haben sollte. Mit falsches Geld bin ich nicht so mitspielt. Ich zeig auch. Okay. Nee, vor allem so sollst du rausgehen. Ihr habt ja noch eine Möglichkeit. Ich sage euch nämlich jetzt die Antworten, dann gibt's da noch eine Setzrunde. Die Antwort lautet... Bitte lass mich nah dran sein. In 6 Minuten 4 Sekunden die meisten Wörter in einem Song. Es sind genau... ...1560 Wörter. Digga! Und Christian beginnt. Das sind echt viele Wörter. Das sind echt viele Wörter. Ja. Peter kann 5 pro Sekunde. Christian erhöht auf 10.000. Das heißt, Bram entweder noch 4.000. Ich bin so weit weg. Ja, stimmt. Muss raus. Christian, Bram kann er doch gar nicht. Ich hab gedacht, der ist 6.000. So weit weg, ey. Okay, damit ist Bram raus und es entscheidet sich zwischen Christian... Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen. Und Bram geht raus? Ja, weil ich halt so weit weg bin. Also ich kann dir sagen, weil ich gerechnet habe. Ich hab gesagt, 6 Minuten sind 360 Sekunden. Ja, hab ich auch. Und das mal 4. Weil 4 Wörter schafft er bestimmt pro Sekunde. Und weil das ein Rekord ist, hat er bestimmt noch ein bisschen mehr gemacht. Also bist du ganz schön nah dran. Ja. Ich bin nicht so weit weg. Wen müssen wir denn jetzt zuerst aufdecken? Sepp ist all in, aber Christian hat zuletzt geraced. Er hat den all in gedrückt, dann ist das Sepp. Den müsst ihr die aufdecken als erstes. Weil der all in gegangen ist, oder? Sepp zuerst auf. Sepp ist all in. Und Sepp sagt. 1337. Boah, richtig stark getippt. Das ist nah dran. Christian sagt. 1500. Ist damit nur 60 entfernt. Gewinnt den Pott und kegelt Sepp raus. Alter. Das sind ungefähr 1400 irgendwas. Und ich hab einfach aufgerundet. Bei weitem daneben getippt, Sepp. Deswegen, als dann der Tipp kam mit 11,9 Wörtern pro Sekunde, da hab ich echt geschluckt. Da hab ich mich echt gefreut erst. Da hab ich echt gedacht, das war, also weil, das wär viel zu krass. Da dachte ich mir so, geil, Alter, da sind wir bei 3600. Das wär bis ja ewig. Hat das so viele, da hast du so über 1000, also über 3000? Ne, 2400 hatte ich. Das ist aber auch nicht so. Stark, Christian, ey. Holy fuck. Hello, Chad. Ja, Moment, du musst ja auch bedenken, das ist auch wieder nur, weil das mit dem Faktor vier hingekommen ist. Wenn der jetzt fünf Wörter die Sekunde schafft, wäre der schon viel mehr geworden. Ja, aber er schafft dann ja vier ungefähr. Das war ja richtig. Ja, sehr gut. Damit, Jay ist raus. Sepp ist damit auch raus, weil er jetzt pleite ist. Das war, ich hab mich schon ein bisschen, ein bisschen noch drin gesehen. Christian ist mit 44.900 Chips jetzt Chip-Lieder von insgesamt 50.000. Bram hat nur 1100 Chips. Äh, ich muss über das Rap-Bad auch noch. Peter 4000. Ja, das wird schwierig für Christian, glaube ich. Ey, ihr könnt euch zusammentun oder habt ihr immer noch verloren? Ich würde sagen, wir behalten einfach mal die Blinds. Was? Darauf hab ich gerade gesetzt, dass Bram nicht mehr sein kann. Bram wäre jetzt sowieso kein Blind aktuell. Aber wir hatten die Blinds, Maul, Blind 1000, Big Blind 2000. Und wir gehen zur nächsten Frage. Mal sehen, wie viele wir noch spielen. Der Song ist wirklich beeindruckend. Okay. Okay, nächste Frage. Wie hoch war das Preisgeld, welches Boris Becker insgesamt in seiner aktiven Zeit als Tennisspieler es spielen konnte? Ja, das wurde ja gut ausgerechnet. Und zwar in Millionen US-Dollar. Das kann jeder gerade wissen. In Millionen US-Dollar, ne? Ja, aber der hat ja, nur weil er das Geld gewonnen hat, heißt der denn nicht, ne? Ne, ich weiß, aber das war Teil des Prozesses. Ja, aber im Prozess waren ja auch die Schulden, ähm, ganz. Gibt das keine Emberhard oder Dingensfrage kommt für Bram. Moment, als Tennisspieler erspielen, heißt auch wirklich nur das Geld, also sein Vermögen, nicht sein ganzes Vermögen, sondern nur die Kohle, die der durch Tennis- Preisgeld, ne? Genau. Genau, sein Preisgeld, genau. Ja. Und zwar in Millionen US-Dollar. Ich sag's nur nochmal. Nicht, dass ihr hier wieder Quadrilliarden schätzt. Ja. Wie viel hat der wohl gekriegt? Ihr könnt jetzt auch wieder mitmachen, denn der Watchbody-App... Auf jeden Fall zu wenig, als er da davon ewig leben konnte bei seinem Lebensstil. Ja gut, aber wenn du den Lebensstil einfach mal anhöchst, der war ja, als der Dings gewonnen hat, wie alt war der da? 22? Ne, ne, Quatsch, der war doch noch jünger. Wie kann man bitte Millionen von US-Dollar so weggeballert haben? Und jetzt im Knast... Der hat sich ja leider für 10 Mios diese Finca da gekauft. Ja, und dann macht er noch acht uneheliche Kinder... Aber die wollte dann keiner mehr haben, als er das Geld braucht. Ja, scheiße, ne? Wenn du verkaufen musst, ist immer scheiße. Ja. Da ist der Hebel ganz kurz. Ja, was hat er bekommen, Alter? Da kann man sich halt irgendwie herleiten. Wie gesagt, so wie du selber meinst, du hättest halt Schulden, Alter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann in den News steht. So, hey, mit Tennis hat er in seinem Leben so viel verdient und jetzt sitzt er leider im Knast. Du bist eh ordentlich, Bram. Also, denk nach. Ja, ich weiß. Ich will ja auch was Kluges schreiben. Ich gucke auf diesen Zifferblock. 140.000. Das ist deine letzte Chance jetzt. Das ist nichts Kluges. 140.000 Millionen wartet sich dann nicht. Das ist smart. Wie viel wird man verdient haben mit Tennis? Ja, immer so zweieinhalb. Ja, wenn sich den Finca für 10 Millionen... Wobei, der hat auch noch so Poker-Stars-Werbung und so einen Scheiß auch gemacht. Aber das Preisgeld würde wahrscheinlich Mbappé nicht mal einen Finger krumm machen. Ja. Dafür wäre der... Dafür wäre der nach... Ja, immer so viel hätte. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der... Der hat doch bei PSG für 300 Millionen oder so was unterschrieben. Gar nicht appreciated mein Insiderlissen hier. Ja. Nicht schlecht, Alter, Alter. Krass. Und habe mir direkt gedacht, ich glaube, dafür hätte ich auch unterschrieben. Sehr gut. Wir haben alle Schätzungen. Er macht jetzt Casinos-Fewings bei PSG, oder? Das sagen unsere Jungs. Kurzer Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Anscheinend macht unsere Watchbody bei der Frage ein bisschen schmuh. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall mit als Feedback für das nächste Mal. Wahrscheinlich werden da jetzt nicht so viele richtig tippen. Peter, du hättest jetzt einfach rausgehen können und mich am Leben lassen. Da kommt der Dolchstoß zurück. Ja, stimmt. Den Blind musst du... Ne, den Blind musst du... Ach ja, stimmt. Den kriegst du ja wieder. Aber ich weiß die Antwort nicht. Also kann auch sein, dass ich dich jetzt pushe. Ja, also. Christian ist raus. Ich dachte mir, das können die 200 sich machen. Das war doch so früher. Das war doch so in den 90er Jahren und so. Da gab es doch noch so... Da war auch Fußball. Da gab es noch 300 Millionen. Genau, ich bin mir halt unsicher, ob der damit sein... Wie alt war denn der bei seinem ersten Wimmel? 17? Ich weiß halt nicht, ob die Preisgelder so früh schon so krass waren. Nein. Aber... Da kamen damals. Könnt ihr euch noch... Könnt ihr euch noch dran erinnern hier, wie hieß die Show zuordnen oder so, wo ihr da die Tennisspieler zuordnen musstet? Da hatten wir zumindest wie viele Grand Slam Titel, glaube ich, das große Teck hatte. 22 oder so waren das. Wir schauen uns erst mal den ersten Hinweis an. Wir gehen da jetzt natürlich wieder durch, weil Bram kann ja eh nicht mehr setzen, denn er ist ja all in. Der erste Hinweis wäre gewesen. Seine erste Profisaison war im Jahr 1984, sein Rücktritt im Jahr 1999. Komm, damals gab es doch noch nicht so viel Kohle dafür. Ich habe auch nicht viel getippt. Nee. Scheiße, ich dachte, du hast vielleicht so 150 Millionen. Nee, viel weniger. Der zweite Hinweis... Hat der nicht 38 Millionen Schulden gehabt? Er hätte sich davon ein 29. von Instagram im Jahr 2012 kaufen können. Warte, wir gehen da weg, 4 Milliarden oder so. Keine Ahnung. Nee, oder waren eine? Nee, scheiße. Einer Teil? Ich weiß ja auch nicht mehr. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Die richtige Antwort lautet... 25,08 Millionen US-O-Dollar. Ich bin nicht weit weg. Okay, dann gehe ich. Ich bin... Ich weiß nicht. Auf welcher Skala. Auf der Skala von 140 Millionen, 1000. Ich bin so ein Stück weg. Ich glaube, ich glaube, ich bin nur so ein Stück. Scheiße. Bram ist all in. Das heißt, ich decke ihn zuerst auf. Brams Antwort lautet... 11 Millionen, Peter sagt. 22 Millionen ist damit näher dran. 22 Millionen. Mega stark. Peter hat richtig gut getippt. Als du mal ein neues 22 Dingens hast, hat er geholt, dachte ich, scheiße, habe ich deswegen 22 da stehen, weil mein Unterbewusstsein mir das gesagt hat. Nice. Sehr gut. Damit kegelt Peter Brammen raus. Oh ja, Baby. Und hat damit noch 5.100 Chips im Gegensatz zu Christian, der mit 44.900 Chips in die nächste Runde geht. Ich belasse die Blinds immer noch so. Falls ihr mitgemacht habt, eben in der App, ich schaue mal gerade, was ihr so alles geschätzt habt. Ja, da hat niemand getroffen. Nee, weil irgendwie immer 6 Nullen drangehangen wurden. Genau, ja. Und ja, ich glaube, das war unmöglich. Das war unmöglich, genau. Ich schließe das hier mal gerade. Okay. Und ihr seid bereit für die nächste Frage. Es könnte schon die letzte des Abends sein. Heads up, Christian gegen Peter. Frage lautet so. Wie oft wurde der Tontechniker Kevin O'Connell für einen Oscar nominiert, bis er die Auszeichnung tatsächlich gewinnen konnte? Oh, ist das ein Leonardo DiCaprio? Macht gerne mit in der Watchbody-App. Ja, das ist Kevin O'Connell, so heißt das Bild, was Leonardo gemalt hat. Ja. Ein Leo war doch doch, der so Ewigkeiten gebraucht hat, oder? Ja, das ist richtig. Es gibt ganz viele, die Ewigkeiten gebraucht haben, ne? Ja, okay. Aber Leo hat doch super viele Nominierungen gehabt, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Aber der Schauspieler von Bilbo Beutlin, der war bis... Äh, nicht von Bilbo, von Sunweiss, der war bis heute da drauf. Er hat ja auch nur Sunweiss gespielt. Ja. Boah, das ist echt jetzt belastend, ey. Wir haben Boris Beckert getötet, ey. Ich frage mich, ob das eine Trickfrage ist. Er sitzt zurecht im Knast. Ich kenne zumindest den Namen nicht. Es gibt hier keine Trickfragen, Christian. Von welchem Tontechniker kennt man denn die Namen? Mal so. Seit wann kann man eigentlich als Tontechniker überhaupt einen Oscar gewinnen? Kevin O'Connor. Das ist dann bester Ton? Ja. Bester Sound. Ja. Keine falsche Seite des Flusses. Also bester Sound. Das ist doch ein Oscar. Mein Bein. Das ist doch beste Musik. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich kann mich da nicht so auswiffeln, Oscars. Alter. Ja, ich habe eine Zahl aus der Hand geschüttelt und fertig gedrückt. Ich habe mich ganz geschüttelt. Ich habe nochmal kurz gerührt. Ja, mein Bein juckt. Alter, das sah richtig nach Befriedigung aus. Alter, das ist gut, dass ihr beiden noch drin seid. Ihr habt auf jeden Fall beide die meiste Ahnung wahrscheinlich davon. Ja, aber von einem Tontechniker Kevin O'Connor. Ja, das stimmt wohl. Das hier sind die Antworten. Die Frage ist jetzt in der Watchbody-Up geschlossen. Haben wieder einige von euch mitgemacht. Und wir beginnen mit Christian. All in. Peter geht all in. Damit muss Christian noch nachziehen, falls er möchte. Ich dachte, ich hätte die 3.100 gesetzt. Nee, nee, du hast 1.000 zu wenig all in gesetzt. Ich bin dumm. Warte, Mann. Christian zieht mit. Das heißt, wir gehen jetzt einmal wieder durch. Sollte Peter näher dran sein, bleibt alles so. Wir gehen in die nächste Frage. Ist Christian näher dran? Dann war es das. Christian gewinnt. Sind beide gleich weit weg. Wer ist Kevin O'Connor? Geht es noch weiter? Also, der hat einen Wikipedia-Eintrag. Da will ich ja wohl hoffen. Der hat ja auch einen Oscar gewonnen. Der hat einen Oscar gewonnen, ja. Ich nenne euch mal, wofür er nominiert wurde. Nominierungen erhielt er unter anderem für Der Wüstenplanet, Top Gun und Transformers. Das ist schon mal 3. Für Transformers? Für Transformers hat er auf jeden Fall nicht den Oscar bekommen. Mega, mega geiler Sound. Also, Der Wüstenplanet für Dune. Für den ersten oder für den letzten? Für den alten. Für den alten? Oh, ja. Aber guck mal, Top Gun ist doch auch ultra alt. Ja, der zweite läuft jetzt im Kino. Ich habe schon wieder so viele Filme, die ich im Kino gucken will jetzt. Oh, Mann. Was haben die gesagt? Für Top Gun haben die mehr Filmmaterial gedreht als für komplett Herr der Ringer. Der hat sogar, also zumindest, wenn ich mir das angeguckt habe, als der rausgekommen ist, gar nicht so schlecht, also gute Bewertungen gehabt. Wo ich mir dachte, okay, für so einen Film. Vor allem aufgrund des Tons. Ja, vielleicht. Im Netflix Studio. Nächster Hinweis. Im Jahr 2016 erhielt er einen Oscar in der Kategorie bester Ton für Hacksaw Ridge. Okay, hilf uns nicht. Also mindestens 3. Mehr als 3 Nominierungen hat er, oder 3. Ja, über den Sanitäter, genau. die richtige antwort so oft wurde er nominiert bis er ihn tatsächlich gewinnen konnte 20 mal ich bin mal ganz ehrlich so nah bin ich dann nicht mehr dran ja nicht okay so viel wisst ihr schon mal peter ist all in deswegen denke ich peter zuerst auf 20 ist die gesuchte lösung ich bin immer so geil wie ich immer auf die gesichter starr jedes mal wenn du aufdeckst weißt du und dann doch nur eine regung der augenbrau oder sozusagen das stimmt das lustig peter sagt sieben christian sagt sechs ist damit weiter weg in diesem ding stehen und habe es wieder geändert auf sechs keine ahnung warum aber wie geil 20 mal ist der nominiert worden also spätestens beim zehnten mal oder so würde ich mir überlegen ich komme einfach nicht mehr kann das nicht auch sein dass der kann ja dann ja da kann ja auch doch in für mehrere filme gleichzeitig nominiert worden sein in einem jahr warum denn nicht das wäre ganz schön unfair aber in der gleichen kategorie nicht wieso kannst du denn nicht für titanic und gar oder ich weiß nicht was im selben jahr gelaufen ist warum kann man da nicht glaube dass das wahrscheinlich danach guckt dass es ein bisschen aufgeteilt wird das sind ja auch nur menschen aber aber trotzdem also krass ja aber technik kann man länger machen als vor der kamera also die zeitspanne also dune der erste dune ist ja schon steinalt und dann noch mal für transformers und so also krass sind nicht 21 mal sind 20 mal ist ja egal ist ja auch in dem fall egal aber sind 20 mal damit hat peder diesen matchball abgewährt ist immer noch im spiel hat 10.200 chips christian 39.800 und ich mache die blinds small blind ist 2000 der big blind sind 4000 und wir gehen in die nächste frage immer noch heads up christian gegen peta und eventuell ist das hier die letzte frage macht bitte jetzt oder wenn ihr wollt in der watchbar die app mit und schätzt frage lautet wie oft ließ sich der ehemalige deutsche fußballspieler lothar matthäus scheiden allein von fc bayern dreimal geschüttelt 40.000 nicht in millionen einfach so ein lothar matthäus lässt sich nicht scheiden das ist eigentlich nach dem durchschnittsalter der frauen fragen das wäre auch sehr interessant gewesen ich glaube das wäre 18 ich weiß nicht ich weiß nicht ob das so eine information ist die der öffentlichkeit vorliegt das weiß ich auch nicht meinst du mit elterlichem einvernehmen dürfte die auch 17 sein ja lustig mein ich halte der durchschnitt lag bei irgendwie 17,9 ja die frage fehlt noch die kommt gleich einfach kurz warten in der app außer die server sind da und der einzige fußballspieler mit dem ich ein foto habe ich hab ein foto mit dem das habe ich noch in der dropbox jetzt weißt du warum deine so zugemüllt ist die wichtigen bilder drin sind bei mir ist die frage jetzt in der app also ihr könnt noch wir wollten noch kurz jetzt ist die drin ja das hat jetzt ein bisschen gedauert aber ja es sind ja auch viele leute die mitmachen dann kann das auch mal ein bisschen dauern ist völlig cool für mich am anfang hat es nicht funktioniert dann kann man jetzt hier auch mal ein bisschen es ist sogar ganz gut dass wir das jetzt nur bei einer runde machen weil ich glaube bei zwei runden hätte das das haben wir gar nicht bedacht ich glaube es ist ein problem gegeben deswegen alles super wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr mitmachen können das wäre nämlich dann das problem gewesen wir warten noch kurz bis die leute aus der watchbody app gewotet die frage ist aber ganz schön so ist die fair für alle ich frage mich gerade selber wie viele vereine hat loda matthäus gespielt bei wenigen ich hätte gesagt land war bayern inter hinter war der bei den intern nicht näher wie auch in genua oder so was samtoria christian jetzt wird es aber wild freuen weiß noch dich am letzten wo die nese kaltschode die sind nicht nicht geil mittlerweile da hat mal oliver bier aufgespielt ja das ist da passiert wieso beginnt er der hat 4000 ich habe 2000 das ist das ist weird ja ich checke du bist äh stimmt äh peter müsste beginnen hast du auch diesen beherrschenden unterton gehört ja peter beginnt das war aber sehr fair von peter ja oder ich wollte sagen das war so ein fair von peter so ich checke sehr gut dankeschön peter und 8000 sonne pot wir gehen zum ersten hinweis seine erste hochzeit fand im jahr 1981 statt seine letzte scheidung 2021 checker der ist damit sky verheiratet sky privatsender ich kann sich noch daran erinnern ich glaube dann war nicht man der ist letztes jahr geschieden worden der letzte mal aber von wem denn ich kenne nur ich habe gesagt ich checke okay tschuldigung wenn das untergegangen ist 8000 sind weiterhin im pot und wir kommen zum zweiten hinweis seine kürzeste ehe dauerte zwei jahre von 2009 bis 2011 mit christina liljana wie auch immer liljana matthews genau die kenne ich nämlich auch nicht ich bin schon 2011 die war sehr jung auf jeden fall die kenne ich auch noch die heißt christiana liljana schulinova matthews äh ne quatsch doch matthews schulilova also in der öffentlichkeit in der öffentlichkeit war sie nur liljana matthews glaube ich kürze also ich kann natürlich auch anders gehießen haben oh peter oh chris das ist schwer ich finde das auch schwer ist das auch ich finde das auch schwer ich checke das ändert sich nichts am pot und wir kommen zur antwort und danach gibt es noch eine letzte setzrunde luther matthews hat sich fünf mal geschieden ich hätte jetzt mehr gedacht peter peter geht all in das ist krass wieso habe ich überlegt hatte dich all in zu setzen peter kann gedanken lesen habt ihr vielleicht beide dasselbe ist ja nicht unmöglich ist ja nicht unmöglich ok habt ihr vielleicht sogar beide fünf vielleicht wird auch beide einen daneben oder so oder hier haben beide kompletten oder peter hat komplett ins Hohen geblasen beide kompletten verschissen ja 15 mal der Luder 20.400 sind im pot die blicke sind schon geil peter den geht es weiter holt christian den hat christian gewonnen sind beide gleich weit entfernt geht es auch noch weiter peter ist all in deswegen schauen wir was peter gesagt hat dieser blick alter peter sagt ich gucke auch die ganze zeit nur auf eure gesichter weißt du so wer hat was von euch das hat peter geschätzt peter schätzt vier christian schätzt fünf hat damit den exakt was gewinnt den pot und damit auch die zweite runde oh mein gott 50.000 chips an christian sieger der zweiten runde als wenn das gerade passiert ist wie oft christian heute genau oder super nah dran war alter peter ja mit vier bei fünf wäre ich auch so was von all in gegangen oder? komplett rein schade peter ich auch deswegen haben wir noch die ganze zeit gecheckt um einfach auf die antwort zu warten wie nah wir dran sind und dann dachte ich einen daneben let's go ja gut das war dann ja anlackiert war halt nicht schlecht ja war ja gut gemacht ja war gut man kriegt sich einfach besser guck mal ich bin bei der nächsten fußballfrage sogar all in gegangen wie versprochen ja sehr gut hab nichts gemacht ja er hat auch viel mit fußball zu tun gehabt herzlichen Glückwunsch christian nach der niederlage schnell niederlage in der ersten runde jetzt den sieg geholt also besser hätte es ja nicht laufen können sehr sehr gut und äh ja auch es fehlen keine chips es fehlen keine chips schon wieder nicht auch bei der ersten runde schon nicht ich hab auch keine splitpods wir dürfen keine splitpods mehr machen das system ist einfach ab jetzt perfekt ey sag das nicht ja oder äh wir profitieren davon also so schnell spielen das war ja ja also perfekt äh auch das in der app hat gut funktioniert bis auf die eine Frage natürlich mit den Millionen aber da das ja alle betroffen hat die gesamte erste runde ist das gar nicht so ist das gar nicht so schlimm äh aber ansonsten alles alles perfekt dann drücke ich hier mal auf äh dass ihr alle auch belohnt werdet ich verstehe es nicht ja weil wahrscheinlich die Leute fünf getippt haben ja denke ich auch mal also ja super also ne das war beides hat wieder sehr viel Spaß gemacht ähm äh runde drei ist glaube ich das würde jetzt zu lang dauern würde ich sagen ja ja das dann heben wir uns die Fragen fürs nächste mal auf da wären noch die ein oder andere schöne dabei gewesen ich freue mich auf jeden Fall schon die dann ausspielen ja äh danke Chat fürs Andi loben ja Andi loben sind wirklich gut gemacht und wir nehmen das Feedback mit und dann beim nächsten Mal wird es nur noch umso besser äh ja dann äh vielen Dank an euch genau an euch fürs Mitmachen danke für alle die im Chat waren übrigens äh Silence Lele 1308 hat noch 50 Euro da gelassen Abram ja bitte Andi Nix wollte noch ein bisschen Liebe da lassen seit einem Jahrzehnt bin ich bei euch hängen geblieben danke 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 das geht uns genauso ja aber schön also Dankeschön an alle die donatet haben Subs verschenkt haben wir hatten super viele die die donatet haben und auch gesuppt haben auch einfach nur so ne vielen vielen Dank dafür und die wollen wir natürlich auch nicht vergessen vielen Dank an Georg Steiner für das Sponsoren dieser Ausgabe von äh von Quiz Poker ich hoffe ihr habt ein bisschen was gelernt thank you danke schön ihr seid jetzt ein bisschen schlauer rausgegangen 348 Milligramm sind das die da drin sind ja und wie viele Flaschen schafft ihr nochmal pro äh Stunde zwei 64.000 ja also ihr seht es ist alles hängen geblieben ja sehr sehr schön gut dann würde ich sagen wir äh Ray Varian können wir gerne machen genau Varian dann äh noch viel Spaß spielt der Gothic bei Varian oh und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei einer nächsten Spielshow oder einem nächsten Pete Stream schaut einfach an den Streamplan dann wisst ihr wann gestreamt wird ja dann vielen Dank und äh bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss